Hallo, willkommen bei der heutigen Episode der DICE Actors. Wir sind eine Gruppe von Synchronsprechenden, die zusammen Fantasy-Rollenspiele spielen. Und das an diesem tollen Tisch hier in der Arena Synchron. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt nur ganz wenig anzusagen und das macht heute Patrick Keller. Ja, ich möchte euch nochmal auf Steady hinweisen. Dort könnt ihr uns mit einem kleinen Obolus unterstützen und uns dabei helfen, diese tolle Serie weiter zu produzieren. Aktuell findet ihr bei Steady einen Podcast, in dem Patze und Tim über vergangene Folgen resümieren. Könnte spannend für euch sein, also schaut doch mal rein. Ohne Umschweife beginnen wir die neue Fol- Na klar, kommt euch irgendwas anders vor als sonst? Jetzt, wo du es sagst? Ich hab's, Alex hat nicht sein kariertes Hemd an. Ah, na klar. Die ganze Zeit schon. Ah, Mist. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 Beim letzten Mal habt ihr drei unterschiedliche Lager ausgekundschaftet, die den Schutzschild von Burg Rabenkopf belagern. Das Waldlager vom unheimlichen Druiden Horxis, das Zahurgin-Lager von Slissnach und dasjenige der Nekromantin Tria. Zu einer ungünstigen Zeit erschien auch noch die ominöse Lady, was die Gruppe zum Handeln zwang. Gon stürmte nach vorne und versuchte mit ihr zu verhandeln, was in einem Kampf mit Tria endete. Sie konnte besiegt und ihr Stab erbeutet werden. Medrash wurde jedoch übermutig und las die Gedanken der Lady, die ganz unaufgeregt mit ihm kurzen Prozess machte. Zum Glück konnte er zurückgeholt werden und alle flohen in das frisch entstandene Loch im Schutzschild. Hinter euch befindet sich nicht mehr das dunkle Nachtlager, dem ihr gerade noch gekämpft hattet, sondern eine weite Fläche, die von der Sonne beleuchtet wird. Das Tal ohne die Lager. Vor euch befindet sich ein wunderschöner, leicht verwachsener Garten mit verschiedenen Ornamenten. Vor euch direkt ein Brunnen, der trocken liegt. Also ein Zierbrunnen, ein Fontänenbrunnen mit einem Krug in der Mitte, aus dem üblicherweise wahrscheinlich Wasser fließen sollte, in das Becken darunter. Es ist alles leer. Und ihr könnt auch einige Statuen sehen, die diesen Garten weiter hinter einigen Hecken schmücken. Und hinter diesem Garten gibt es eine Treppe hoch, die zum Haupteingang eines großen Schlosses führt, das von der Größe wahrscheinlich in diese Kugel hereinpassen würde, die ihr vorher noch gesehen hattet. Die Architektur dieses Schlosses sieht auf den ersten Blick sehr verwirrend aus. Es ist alles sehr verworren, verdreht. Ein Turm windet sich um den anderen. Es gibt weniger klare Strukturen, keine festen Wände, Außenwände, sondern es ist alles eher mit mit Kurven gehalten, runde, eine runde Architektur. Hier gibt es mal ein spitzes Dach, da gibt es mal ein flaches Dach auf dem Turm. Und es ist auf den ersten Blick nicht wirklich erkennbar, wofür jetzt welcher Turm oder welcher Raum gedacht ist. Und ja, das verwunderlichste ist wahrscheinlich, dass ihr von der Außenwelt hier nichts sehen könnt und dass die Sonne hochmittags am Himmel steht. Das war ja eigentlich Nacht, ne? Ja. Und ihr kommt, erschöpft, polternd in diesen Garten gestolpert. Medrash, Medrash, wie geht's dir? Leg dich hin, leg dich hin, leg dich auf den Boden. Ich leg mich hin. Ich halte meine Hand auf seine Brust und wirke heilende Hände. Gebe dir 5 TP zurück. Danke, jetzt habe ich 6. Und 2 Punkte Erschöpfung. Ah, also 4. Nein. Nein, nein, also Erschöpfung. Ja. 2? Ja, war ja direkte Wiederbeliebung. Das muss ich mir aufschreiben. Ich kann nur empfehlen, in einen neuen Körper zu gehen. So. Was ist denn geschehen? Warum hat sie dich angegriffen? Was ist denn überhaupt geschehen? Gone. Heilung. Ich komme angelaufen gerade. Ich war ja ein bisschen hinter euch. Medrash, alles okay? Ich glaube ja. Komm mal her. Heile, heile, kleiner Froschpopo. Und du kriegst 7 Gehalt. Jetzt geht's mir schon deutlich besser. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Ich... Ich habe ihre Gedanken gelesen. Ich habe mich gewundert, wieso sie nicht eingegriffen hat, als wir mit... Wie hieß sie? Trier? Trier. Trier gekämpft haben. Ich dachte, vielleicht hilft uns das weiter. War wohl eine blöde Idee. Naja... Ich kann mich nicht erinnern, was danach passiert ist. Sie hat mich angeguckt und dann... Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass... ...jemand gerufen hat. Dass das Tor offen ist. Warst du das, Perrin? Es ging alles so schnell gut möglich, dass ich das war. Aber... Aber... Aber geht's dir wieder gut jetzt? Ja, jetzt geht's schon einigermaßen besser. Und ich guck mich um. Ist außer uns noch jemand in der Nähe? Ach... Was hast du denn in ihren Gedanken gesehen? Ich glaube, das war eine Art Wunschvorstellung. Aber vielleicht auch ein Blick in die Zukunft. Das kann ich nicht sagen. Das ist doch jetzt ja egal! Wo ist dein Kontakt, Eleni? Hast du nicht gesagt... Hier ist dieser... Eil... Liatyrtnus? Lianus. Ja, Eil. Eilnianus. Eilnianus. Eternus. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ja, wir sollten ihn suchen. Ich finde es alles andere als unwichtig, was die Anführerin der Truppe denkt. Mich interessiert es auch. Medrash, konzentrier dich, bitte. Es kann über Leben und Tod entscheiden vielleicht sogar. Ja, es ist allerdings ein wenig verschwommen, weil alles so schnell ging. Da war diese Lady. Und ich sehe ja diese Burg vor mir. Und ich schätze diese Burg, Burg Ragenkopf, nehme ich an. Ja. Und wie sie gegen jemanden kämpft. Ich nehme ja an, dass ich nicht weiß, dass das, äh... Ähm... Norgobius? Ja, Norgobius ist. Ich meine, ich habe ihn ja nie gesehen. Du hast ihn nie gesehen, nö. Ja, aber du hast mir ja gesagt, dass es Norgobius ist. Aber ich kann das ja nicht wissen, oder? Nein, es ist seine Burg. Also, das ist eine berechtigte Annahme, dass das Norgobius ist, der hier seine Burg hat. Ja? Verstehe die Frage, ja. Ach so, okay. Verstehe die Frage jetzt. Ja gut, ich meine, es könnte ja irgendein Hexenmeister... Implizit nicht Norgobius gesehen, das ist richtig. Okay, aber ich darf das annehmen. Ja. Okay. Ähm, nur damit ich es nicht durcheinander kriege. In dieser Wunschvorstellung hat sie ihn getötet. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich glaube, es sind nur die Skelette reingedrungen, oder? Genau, sie hat, äh, ihre Truppen sind durch die Gänge des Schlosses marschiert. Genau. Sie hat die, ähm, diese Kuppel hat sie, äh, zu Fall gebracht und ist dann einmarschiert. Aber sie hat den, äh, das war jetzt nicht die Endkonsequenz, die sie für sich gesehen hat. Nee, die Konsequenz war sie beim Obelisken. Genau. Den sie berührt hat. Mhm. Ja, okay. Okay. Diese Kuppel. wurde zerstört. Ähm. Und, äh, diese Skelettarmee drang nach Burgrabenkopf ein. Und das Letzte, woran ich mich erinnere, ist der Obelisk. Du hast den Obelisk gesehen? Ja. Wo war er denn? Hier in der Burg? Das muss wohl so gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau, aber... Ja. Und sie hat ihn berührt. Sie hat ihn berührt. Dann scheinen wir auf dem richtigen Weg zu sein. Mhm. Wir wissen nur nicht, was wir dann mit dem Obelisken anstellen sollen, aber wir sollten noch Govius davon erzählen, falls er hier ist. Auf jeden Fall. Oder erst mal, also, jetzt dann mit Aya Kontakt aufnehmen. Aya finde ich super als Abkürzung. Das ist ja sein Vorname, glaube ich. Oder heißt er Ayalianus? Ayalianus. Heißt Ayalianus. Mit vollem Namen. Ich nenne ihn Aya. Ich bin gespannt auf seinen Nachnamen. Das ist ja vielleicht. Gehen wir. Medrash, wenn dir noch mehr einfällt, komm erst mal wieder richtig zu Sinnen und trink einen Schluck oder so. Wasser. Kein Alkohol. Ja. Ich hoffe nur wirklich, dass das nur ein Blick in ihre tieferen Gedanken war und nicht, dass sie hell sehen kann. Was ist das? Und vor euch der Brunnen stößt einen Schwall Dampf aus. Der, der, äh, die, der Krug, der dort ist, der bringt weißen Dampf nach oben. Äh, äh. Äh. Pssss. Dann ist es wieder weg. Ich glaube, wir sollten weitergehen? Äh, ja, finden. Ja. Vielleicht passiert sowas zur Mittagszeit oder so als Uranzeige oder so. Es ist doch eigentlich Mitternacht. Ich bin total verwirrt. Ich auch. Gehen wir einfach den Weg entlang. Ich glaube, er wollte uns damit willkommen heißen. Wahrscheinlich. Hast du gepfugst, oder? Ich hab den Brunnen zitiert. Okay. Ihr, äh, sammelt euch wieder und bewegt euch Richtung Burg durch den Garten hindurch. Ähm, der nicht wirklich gepflegt ist. Ihr könnt euch anhand der Architektur sehr wohl vorstellen, wie das hier mal ausgesehen haben könnte. Ähm, dass hier, ähm, alle Hecken schön zurückgetrimmt waren und, ähm, einige schöne Gänge durch verschiedene, ähm, ähm, äh, also, also Pflasternwege gibt durch, ähm, verschiedene artige, ähm, dekorative Elemente. Hier war bestimmt mal eine richtig schöne, ähm, Lavendelwiese und, ähm, verschiedenes Unkraut hat diese ganzen schönen Ornamente komplett überwuchert. Ähm, sieht nicht blödsartig aus unbedingt, das sieht einfach nur verwildert aus, also, dass sich lange keiner drum gekümmert hat und die ganzen Sachen. Und, ähm, die, äh, es ist teilweise sogar so weit verwuchert, dass ihr, ähm, euch den Weg da durchschlagen müsst. Äh, wer möchte da vorweggehen? Hat jemand eine Machite? Hast du eine Machite noch? Ich glaube, ich habe die verschenkt. Ich glaube nämlich auch. Könnte auch mit dem Rapier so ein bisschen da durch, oder? Aber mit so einem Streitkolben kann man ja auch ordentlich was bewegen. Also ich habe, ein Dolch habe ich, eine Machete habe ich verschenkt. Kann ich mit Droidenkraft das ein bisschen wegwuchern lassen? Das kannst du auch. Das ist schon blöd von mir eigentlich. Die Maräte ist voll wichtig wahrscheinlich, weil so urweit, äh. Ja. Wer hat denn die Spitzhacke? Aber ich habe Kralle. Die hat so einen Typ in der Öle. Komme ich mit Krallen, mit meinen Krallen durch? Das ist auch nicht, ja, nicht verkehrt. Kannst du auch machen, ja. Aber begonnen geht vorwärts. Ich mache das etwas eleganter, als das mit den Krallen so. Fup. Das ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen wegwuchsern. Ähm, mach doch mal, äh, wenn du schon da vorne stehst, einen Geschicklichkeitsrettungswurf. Ha. Wahrscheinlich 16, warte. Nee, 17 sogar. 17. Ähm, du siehst die ganzen Pflanzen vor dir und machst ein paar Bewegungen, ähm, sodass sie sich nach links und nach rechts zurückziehen, ein bisschen nach oben, ähm, eher arbeiten. Und, äh, aus dem Gebüsch von rechts schnappt plötzlich etwas nach dir. Du machst einen Schritt nach hinten. Und es ist, ähm, eine grünliche Pflanze, die innen rot ist, ein Maul hat. Tch, 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 die ganze Zeit nach dir in deine Richtung schnappt, allerdings, äh, nicht zu dir kommt, weil sie einfach nicht long genug ist. Na, na, nicht so. Und hau mit meinem Stab zu einem auf den Kopf an der Pflanze. Du haust, äh, auf die, auf die Pflanze drauf und sie zergeht sofort durch necromantischen Schaden, die sie bekommen hat. Du solltest vielleicht vorsichtiger mit dem Stab sein. Oder ich stampfe ihn einmal auf und mache uns den Weg frei. Du entscheidest. Würde mich eigentlich interessieren, Perrin. Vielleicht kannst du ja einfach nur vor uns ein bisschen rumwedeln damit. Vielleicht geht das ja wirklich. Halte ich den wie so eine Fackel vor mich und laufe voran durchs Gras. Keine Aura, aber wenn du Sachen berührst, dann vertrocknen die. Hier und als würden sie super schnell altern und zerknüllen sich und zerfallen zu Staub. So machen wir nicht alles kaputt. Guckst du auf die verkohlte Erde? Du hast recht. Es geht viel schneller auch eigentlich. Vor euch fallen diese ganzen Pflanzen alle vergehen. Und eine Spur des Komposts hinterlasst die unter euch. Soll ich den Weg weiter bahnen zu einer großen Treppe, die hochführt zu einem Säulenvorbau mit einer großen doppelflügeligen Tür, die in das Schloss führt. Anklopfen oder einfach reingehen? Du bist die mit dem Kontakt. Möchte die Tür öffnen. Okay, das ist kein Problem. Und dann rufe ich da rein. Aelianus? Keine Antwort. Das ist ein recht dunkler, quadratischer Raum, freue ich. Norgobius? Nichts. Ich gehe rein. Ja, wir gehen. Okay. Ihr kommt in einen Raum, vielleicht acht Meter Kantenlänge des Quadrats. Auf der gegenüberliegenden Seite ist auch wieder eine doppelflügelige Tür. Und in der Mitte ist ein einfacher, schmuckloser Sockel, auf dem etwas liegt. Und zwar? Mal hingehen und gucken. Ich gehe hin und gucke. Vorsichtig, ich bin hinten dran. Nee, ich nehme das hoch. Okay. Es könnte eine Fahne. Was ist es? Ähm, du kannst es nicht so wirklich, wirklich erkennen. Du musst noch ein bisschen weiter untersuchen. Okay, möchte ich. Okay, was tust du? Ich drehe es in meiner Hand. Okay. Es, ähm. Was tust du? Es fühlt sich recht glatt an. Was ist denn da, Eleni? Ich weiß es noch nicht. Ist es eine Kugel? Ja, es ist schon kugelartig. Kugelartig. Und glatt. Mehr nicht. Zeig doch mal. Dann können wir alle drauf gucken. Zeig das Perrin. Hört es ihm so unter die Nase. Ich gucke es mir an, da kenne ich, was es ist. Es ist eine Kugel. Habe ich doch gesagt. Ich tippe mal drauf. Es macht ein hohles Geräusch. Ein schönes? Ähm, ich gucke mir das Podest an, wo sie es runtergenommen hat. Sehe ich da irgendwas? Das ist ein Marmorsockel, aber recht schmucklos. Also keine Verzierung, nichts. Es ist einfach nur ein gerader Sockel, der unten ein bisschen, nach innen geht und oben halt eine quadratische. Und da lag die Kugel drauf. Ja. So eine Glaskugel sozusagen schaut so ein bisschen aus, oder? Gab es eine Kugel, wo die drin lag? Gibt es ein Fenster? Nein. In dem Raum ist kein Licht? Nee. Du wusstest. Kann mir jemand Licht machen? Licht bin ich. Warum schreie ich eigentlich so? Kannst du Licht machen? Ich würde die Kugel gern sagen. Lass das lieber nicht Pelor hören. Ich glaube, er ist das Licht. Damit untersuchen. Ich sage, Pelor, zeige mir, was ich nicht sehe und wirke Licht auf. Im Gegenstand. Mein Schild. Okay. Dann erstrahlt der Raum. Er ist genauso schmucklos wie dieser Sockel. Einfach nur glatte Wände vor euch eine geschlossene Tür und eine Glaskugel, die man hat. Ja, die bin ich so gegen das Licht irgendwie. Genauer betrachten sich nichts da drin oder so? Nee, ist undurchsichtig. Ah, lass mich mal sehen. Ich gebe dir die auch in die Hand. Erkenne ich da irgendwas? Das ist eine undurchsichtige Glaskugel. Ja, nee. Wir werden scheitern. Ich glaube, du fragst, wie es sich anfühlt. Kann ich, kann ich, ähm. Naja, gut, wenn ich jetzt identifizieren wirke, dann wirst du mir auch sagen, ja, das ist eine Glaskugel. Weiß ich nicht. Äh, vielleicht, ähm. Das versuchen. Nee, äh, Dingens. Ach, wie heißt es denn? Nur von denen, die du vorbereitet hast. Magie entdecken vielleicht. Kannst du auch machen. Ne, Moment. Magie entdecken kann ich Ritual als Ritual wirken. Hilft uns aber nicht. Ja, wobei, jetzt, dann wirst du mir sagen, okay, davon geht Magie aus. Es erstrahlt alles magisch. Und ich sage dir, welche Art, also welche Kategorie. Ah, okay, dann, dann mache ich das. Magie entdecken. Dann setze ich mich hin mit meinem Zauberbüchlein. Gib mir mal einen Moment. Kann ich ihn eigentlich in der Form mal bei einem Ritual unterstützen, wenn ich das auch als Ritual wirken kann? Nee, ist schade, ne? Zwei, nur fünf Minuten. Meint ihr, diese kleine Kugel hängt mit der großen schwarzen Kuppel zusammen? Irgendwie? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Geh mal zum Fenster, vielleicht... Die, äh, undurchsichtige Glaskugel wird, wird langsam schwarz. Was wird schwarz? Die Kugel. Achso, ich dachte, die war schon schwarz. Nein, die war undurchsichtig. Ah, die war nur glatt und undurchsichtig, okay. Ich weiß nicht, hätte sie was mit der äußeren Kugel zu tun, dann würde sie nicht unbeaufsichtigt hier rumliegen. Warum wird sie denn jetzt schwarz? Oh. Weil Mähdresch sie anfasst? Fasst er sie an? Ich dachte, er hat sie... Ja, du siehst jetzt deine Hand, ja. Achso, ich dachte, ich hätte sie zurück auf den Sockel getan oder so. Von mir aus. Kann sie machen. Dann rollt sie so ein bisschen und fällt fast vom Sockel runter. Willst du sie aufhalten? Ich... Halt sie mal auf. Hat das wirklich was mit dem Außen zu tun? Ja, wäre doof. Gib mir mal auf Nummer sicher. Nicht zerbrechen, nicht schütteln. Keine Sorge. Obwohl es interessant wäre, wenn wir sie schütteln, ob wir hier ein Erdbeben haben. Wie klingt denn das? Du meintest, es klingt gut, als sie dagegen geklopft hat. Ja, war ein schöner Klang. Und von wo nehmen wir den Klacken wahr? Da, wo du drauf... Achso, der hätte jetzt eigentlich so atmosphärisch... Nein. Während Mähdrasch... Während Mähdrasch... Nee, aber ich finde das ja auch so... ...identifische Magie entdecken, ritualisiert, gucke ich mich noch im Raum um, ob ich irgendwas anderes entdecke. Und es gab eine Tür? Ja, also wo ihr hergekommen seid und gegenüber nochmal genau so eine. Mal durchs Schlüsselloch, wenn es das gibt. Das gibt es. Du siehst da drin eine große Eingangshalle mit einer mittleren Treppe, die nach oben führt. Und sehr viel Rot und Gelbes leuchten, fast als würde es da drin brennen. Aber eher glimmen, nicht brennen. Okay. Also ich glaube, wir sind durch irgendeinen Nebeneingang reingekommen. Und der nächste Raum schaut wie die Haupthalle aus von so einem Schloss, Burg, Ding. Und die Tür ist zu? Die Tür ist zu. Ja. Das wär's gewesen. Ja, und jetzt? Rausgehen? Anderen Eingang finden? Oder? Wir warten auf Medrasch. Und ich meine, so wie das hier alles verwildert und verwuchert ist, können wir, glaube ich, auch mit Gewalt durch die Tür durch. Und ich kicke einmal freundlich gegen die Tür. Aber Norgovius und seine Schüler sind ja noch hier. Aber wo? Warum melden sie sich nicht? Weiß nicht. Aber das muss doch einfach mehr sein als nur ein Schutzzauber. Wir müssen ja irgendwo anders gelandet sein. Das ist vielleicht so. Vielleicht auf einer anderen Ebene? Damit kann ich mich nicht so gut aus, aber... Was für eine Ebene? Glaub mir, ich kenne mich kein Deut besser aus, aber... Wir scheinen ja nicht in der Welt zu sein, in der wir waren, als wir außerhalb dieser Kugel waren. Ich dachte einfach nur, wenn sie schon so eine Kuppel machen, dann können sie auch sich Licht machen und mehr Platz. Ja, das kann auch sein. Also, Perelina konnte ja auch unfassbare Sachen. Und sie sagte, sagte sie nicht, Norgovius ist der Stärkste von ihnen? Was der alles drauf hat, keine Ahnung. Warum macht man einen Raum ohne Fenster? Ist das ein Raum ohne Fenster, wo wir sind? Medrash, bist du bald fertig? Ja, okay. Das Ding ist eindeutig magisch. Und die Schulen der Magie, die diese Magie enthält, sind Illusion und Verwandlung. Medrash? Hallo. Illusion ist, glaube ich, relativ klar. Ja. Verwandlung ist in diesem Sinne die... Die Idee, dass die Welt nichts Festes ist, sondern wandelbar ist und dass Elemente verändert werden können. Gegenstände von einem zu was anderem transmutiert werden können. Das heißt, meine Schlussfolgerung als gelehrter Akademiker ist natürlich, dass diese Kugel etwas anderes ist. Ja, oder zumindest, dass dort ein Zauber liegt, der dieses Objekt verändern kann. Ich klappe mein Buch zu, stehe auf, gehe wieder zu dem Podest, nehme die Kugel. Illusions. Und noch viel interessanter. Verwandlungszauber. Das ist ja ganz toll. Ich bin an der Tür und versuche mit meinem Liebeswerkzeug die Tür zu knallen. Okay, mach mal einen Wurf. Ich stehe die ganze Zeit dabei und mache weiter. 23. Oh, 23. Aber das ist ja wahrscheinlich ein magisches Schluss. Ich mache es nur für. Das ist schon ein sehr magischer Schluss. Du steckst deine Liebeswerkzeuge dort herein, versuchst irgendwie anzusetzen. Du findest allerdings keine Möglichkeit, irgendwie einen Widerstand zu finden, an dem du überhaupt starten könntest. Scheißschloss. Diese Kugel war etwas anderes. Kannst du sie... Kannst du uns zeigen, was sie war? Kannst du es zurückverwandeln? Oder ist es gefährlich? Ich... Weiß nicht. Hab ich irgendetwas? Naja. Identifizieren würde das helfen, herauszufinden, was es mal war? Auf jeden Fall. Oh, dann mache ich das. Gib mir doch mal ein. Dann erwirke ich auch das als Ritual. Gib mir noch einen Moment. Nehme die Kugel mit, setze mich wieder hin, klappe mein Buch auf. Perrin, kannst du mal mit deiner tollen Brille auf die Kugel gucken? Das bringt nichts. Hast du es probiert? Entschuldige bitte. Naja, aber wir haben doch gerade keine andere Lösung. Probier es doch jetzt. Ich kann mit der nur besser... Ich setze meine Brille auf... Sie ist doch so schwarz. Ich setze meine Brille auf und gucke auf die Kugel. Die Kugel ist schwarz, aber ein bisschen heller, jetzt wo du mit der Brille durchguckst. Also theoretisch ist der Nachteil, dass wenn es hell ist, dass ich sogar schlechter sehe mit der Brille. Es ist ja nicht hell. Also nur da, wo ich leuchte. Den ich mal wegflänze. Aber wo Perrin sich die Kugel so in Medrasch's Händen anguckt, wird die Kugel ein bisschen heller. Das schwarz wird so recht gräulich. Wenn ich sie angucke? Ja. Ich nehme sie nochmal in die Hand. Die Kugel? Ja. Dann musst du sein Identifizieren abbrichten. Achso, ich dachte, er guckt da drauf. Achso, nee, dann fasse ich sie nur an und gucke, ob was passiert. Wird sie wieder heller? Was erwartest du, was passiert? Dass sie heller wird wieder? Ja, die wird heller, ja. Wenn ich sie anfasse? Ja. Und gucke weg? Dann wird sie dunkler. Was? Habt ihr das gesehen? Nee. Ich kämpfe immer noch mit dem Schluss. Was, hat es was gebracht, die Brille aufzusetzen? Absolut nicht. Aber, ähm, wenn ich sie, wenn ich sie ansehe und anfasse, wird sie wieder heller? Passiert das bei euch auch? Ich gucke und... Ja, ja, weil dir passiert das auch. Wird sie insgesamt heller, umso mehr anfassen? Ja. Lenni, komm mal her. Ich hab's gleich. Und ich nehm Medrasch, um sie nicht aus seiner Konzentration rauszunehmen, einfach so seinen Arm und leg so einen Finger drauf von ihm. Ich gucke über meine Schulter. Was macht ihr da? Komm mal her, wir wollen mal was gucken. Ach, na Gott. Fass mal die Kugel an. Ja, von diesen Stellen wird sie heller und heller und heller und heller, bis sie komplett weiß ist. Aber es passiert sonst nichts. Sie strahlt so ein bisschen, es wird leicht grell, aber mehr wird's nicht. Ich dachte, dass wir damit vielleicht den Zauber aufbrechen können, wenn sie so ganz hell ist. Vielleicht musst du sie runterschlucken. Hab ich auch drüber nachgedacht. Ich wollt's nur nicht sagen. Damit sie komplett umhüllt ist von dir. Oder du schlägst die Faust. Wenn sie auch einfach in den Mund nehmen theoretisch oder in die Faust nehmen. Die ist so groß. Ach so. Ich dachte so. Ich dachte auch, die ist so. Ach so, es ist Medrasch nicht schlucken. Okay, okay, okay. Dann könnt ihr sie auch schlucken. Du hast gemeint, irgendwie so groß. Wenn du jetzt sagst, die ist so groß. Dann könnt ihr sie auch schlucken. Aber wir alle ne, irgendwie so von der Mordel aus. Wir werden sie nicht schlucken. Nimm sie den Mund. Jetzt lassen wir erstmal gucken, was Medrasch uns gleich zu sagen hat. Dann ist es so groß. Wie wäre das? Das ist deine Kugel. Bleib mal an der Kugel. Und ich renne mal nach draußen kurz. Einmal vor die Tür. Seh mich um. Tag hell. Garten. Spur der Verwesung. Okay. Und dann rufe ich rein. Lass die Kugel mal los. Also nicht komplett, nicht alle loslassen. Merke ich eine Veränderung? Wieso nicht alle loslassen? Weil er... Er muss sie nicht anfassen dafür. Ja. Immer noch schönes Wetter. Danke. Das war das Wetter. Mit Flint lagern. Nein, der ist so groß. Dann möchte ich sie schließen mit beiden Händen. Und so reingucken. Äh, du bist recht hell. Aua. Mein Auge. Lenny, sag mal, bist du an der Tür da? Medrash hat sie natürlich unten noch. Er muss sich darauf konzentrieren. Bist du an der Tür da gescheitert? Ha! Ihr habt mich zurückgerufen? Ich, ich, ich war noch nicht fertig. Dein Identifizieren endet. Und du kannst die magischen Strukturen dieses Gegenstandes liegen dir vor wie ein offenes Buch. Denn, äh, dieser Gegenstand, dieser Gegenstand ist ein Oboyekt. Und, ähm, es ist genau das, äh, es ist immer genau das, was die Leute vorstellen, was es ist. Hm. Hm, interessant. Aktuell ist es eine helle, leuchtende Kugel. Hä? Aktuell ist es eine helle, leuchtende Kugel. Was ist interessant? Medrash? Kann ich das dann direkt ausprobieren? Das heißt, wenn es für mich... Mach doch. Okay. Ja, mach das. Ja. Knoblauchfisch. Hä? Der ist die Leute verkauft. Hast du den Job vorweggenommen? Ja, den kann ich jetzt nicht mehr bringen. Lustiger Medrash hast du mir jetzt vorweggenommen. Okay, na gut. Verzeihung. Und ich denke an einen Schlüssel, der genau da reinpasst. Die Kugel zerfällt in deiner Hand und formt sich neu zu einem goldenen Schlüssel. Wie hast du das gemacht? Kannst du dir den Obelisk vorstellen? Du weißt doch gar nicht, was hier passiert. In diesem Moment wird der Schlüssel zu einem Obelisk. Der Miniatur-Obelisk. Denkt man nicht an einen rosen Elefanten. Bleib im Schlüssel. Wie hast du das gemacht? Wie ihr seht, habe ich von Perelina sehr viel gelernt. Es ist ein leichtes für mich, Gegenstände in das zu verwandeln, was sie sein sollen. Wie ich sehe, braucht ihr gerade einen Schlüssel, damit wir vorankommen. Also dachte ich, bin ich euch mal behilflich. Das wird wieder zu einem Schlüssel. Keine Frage. Kenn ich Obeljekte? Och, schade. Aber hast du jetzt die Kugel kaputt gemacht? Ich habe diese Kugel zu einem Schlüssel geformt. Denn den brauchen wir ja. Herrin, mein Lieber, du unterschätzt mich scheinbar. Ich bin ein Magier. Natürlich ist das ein leichtes für mich. Ich schreiche zur Tür. Ich gucke so die anderen an und sage, hat er vergessen, dass wir bei seiner Prüfung dabei waren und gesehen haben, was er kann? Nur unseretwegen ist er überhaupt Magier. Ja. Steck ihn rein. Wir geben ihm diesen Sieg, oder? Natürlich. Diesen kleinen von dem Kluke. Toll, Medrash! Wow! Vielen Dank, Medrash. Danke. Du steckst den Schlüssel in das Schlüsselloch, drehst einmal um und die Tür macht einen Knacksen und öffnet sich einen Spalt und der Schlüssel verschwindet. Auf dem Sockel erscheint so eine kleine schwarze Rauchwolke. Ich will mir die Rauchwolke angucken. Okay. Mal durchfahren. Ja, da verteilt sich so ein bisschen der schwarze Rauch und formt sich dann wieder. Bleibt aber Rauch. Ja. Ah, witzig. Und geht weiter. Ist das derselbe Rauch, der auch aus den Stäben austrat? Ja, sieht mehr nach Dampf aus als nach Rauch. Ah, okay. Dann interessiert es mich nicht. Dann würde ich, ich weiß nicht, ist es eine Klinke oder ein Knauf? Es ist ein Knauf, aber du tust sogar die doppelflügelige Tür öffnen. Oh, so nice. Und vor euch öffnet sich ein großes Foyer mit einer zentralen Treppe, die... Entschuldigung, ich muss gerade ans Feuer denken. Jetzt hast du Foyer gesagt. Foyer! Foyer! Mit einer großen Treppe, die ausgeschwungen ist, unten breiter ist und sich so ein bisschen zusammenfährt und dann oben wieder breiter wird, zu einer oberen Ebene dieser großen Eintrittshalle. Und links und rechts davon sind jeweils Treppen, die geschwungen nach unten führen unter diese Galerie. Auf der linken Seite habt ihr eine Tür direkt und auf der rechten Seite ist keine Tür, also kein Gegenpart. Neben der Treppe befindet sich noch eine einzelne Ritterstatue quasi, also eine Rüstung, also ein Rüstungsständer. So heißt es, keine Statue. Ein Rüstungsständer von einer Vollplattenrüstung. Das Besondere an diesem Raum ist allerdings, dass der komplette obere Bereich geflutet ist von Lava. Das ist das Glimmen, was durch das Schlüsselloch zu sehen war. Dass der obere Bereich überflutet ist mit geschmolzenem Gestein, dass diese mittlere Treppe herunterfließt zur Hälfte. Und der obere Bereich ja quasi aus flüssigem, glühendem, schwarzem und rotglühendem Gestein besteht, der dort den Weg weiter versperrt. Und an den Wänden sind einzelne durchsichtige Schächte eingelassen, die von oben nach unten wie eine Art Rohr dort fungieren, durch denen auch flüssiges Gestein fließt. Also, da fließt Lava durch. Magma in dem Fall. Magma durch. Ist das heiß? Kriegen wir die Hitze von oben? Ja. Oh, hä? Was ist das denn? Gute Frage. Schön hier drin. Auf jeden Fall. Das ist mir ein wenig zu heiß. Habt ihr schon mal flüssiges Feuer in einem Haus gesehen? Perelinas Haare. Diese Frau ist ein ganzes, ein ganzes Institution. Dann hat sie nicht ganz Unrecht. Die waren sehr fließend. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, nein. Hab ich nicht. Ich auch nicht. Ganz schön warm hier. Beug mich so zu Flint drüber und sagt, deine Rüstung ist viel schöner als die da hinten. Ja, ich muss sie erst mal wieder putzen. Moment. Moment. Mit Rost. Torgobius. Ein ausgefuchstes Schlitzohr. Oh. Einen Moment. Ich nähere mich der Treppe. Und, äh. Ich hab so Bock auf das, was jetzt passiert. Keine Ahnung. Und fasse in das Magma. Weil ich, äh. Ihr seht doch. Das ist ein Foyer. Dieses Magma würde die Treppe sofort schmelzen. Das ist ganz offenkundig. Eine Illusion. Und packe rein. Okay. Wie viele Lehmspunkte, wie viele Trefferprobleme hast du heute? Du kriegst fünf Feuerschaden. Du dort völlig selbstbewusst in das Feuer greifst. Und, ähm, deine, äh, wie so ein bisschen, so ein bisschen wie flüssiges Wachs, du hereingreifst in dieses geschmolzene Gestein und sofort dich der Schmerz trifft. Und, ähm, es ist, es versenkt deine Nerven so stark auf einen Schlag, dass du erst glaubst, es wäre eiskalt, aber dann trifft dich doch der Schock. Und du kriegst, ziehst die Hand sofort, wie der Hex, so ein bisschen raus, ein bisschen Kleb noch an deiner Hand. Und, äh, mit rasch! Gorn, 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 komm her! Ja, ich komme. Was hast du denn da gemacht? Die schöne Zauberstabhand auch noch. Äh, fünf Feilung. Heile, heile, kleiner Dummbaz. Mit Illusionen ist es wie mit Gefühlen, oder? Erinnert ihr euch daran, Flint, erinnert du dich daran, wie du über das Wasser gelaufen bist bei diesem Fluss? Ja. Ich probiere da mal was aus und ziehe mir die Schuhe aus und laufe auf das Magma rauf. Okay. Bist unser Heiler, denk. Ja, ja. Der Mann weiß, was er war. Du setzt einen Fuß auf dieses weiche Gestein, sinkst so ein bisschen ein. Dann machst du direkt den nächsten Schritt. Den nächsten Schritt, dass du nicht sofort wie bei Treibsand einsinkst, aber es funktioniert. Okay, ein bisschen wackelig hier. Bin gleich wieder da und lauf die Treppe nach oben. Okay, du gehst nach oben. Hab ich ganz kurz noch rufen. Seit wann kann Gondas alles? Ich weiß es nicht. Ich, ich... Flint, ich glaub, ich hab bei der Rüstung was Interessantes gesehen. und zieh Medrash in die andere Richtung. Ich brauch eins von diesen Mocha-Dingern, die du hast. Ich hab auch schon überlegt, ob ich mal wieder was nehmen sollte. Gib mir eins oder ich sag Flint, dass du sie alle hast. Ich tauch zwischen euren Schultern auf. Worum geht's nicht mehr? I want in. Was machen wir noch dir? Was? Gar nichts. Medrash und ich haben ein Geheimnis. Ihr habt keine Geheimnisse zu haben. Doch, natürlich. Ich erzähl dir alles, aber ich hab Medrash versprochen. Ich rufe Flint bei drei. Bitte, viel Spaß. Flint! Ich steh vor der Rüstung und guck die mir gerade an. Hier glitzert nichts. Ich hab ja nicht gesagt, dass was glitzert. Ich hab gesagt, dass ich was Interessantes gesehen hab. Flint, die haben Geheimnisse. Die haben Schulterpolster. Hast du gesehen? Könnte für dich angenehmer sein. Ich geh jetzt zu allen hin. Was ist los? Nichts? Frag Eleni, die hat dich gerufen. Die haben getuschelt. Und dann haben sie gesagt, sie haben ein Geheimnis und hab mich nicht eingeweiht. Dann hab ich mit dir gedroht. Die dürfen doch auch ein Geheimnis haben. Dann hat sie gesagt, sie ruft dich. Hab ich gesagt, bitte. Aber dann, wir müssen es doch nicht sagen. Das ist unser Geheimnis. Flint, können wir auch ein Geheimnis haben? Ja. Bitte. Was für eins? Nice try. Komm, wir gehen zur Rüstung rüber. Komm, wir bleiben hier, Medrasch. Wir sehen uns beide die Rüstung an. Gut. Ihr bleibt da. Ihr geht zur Rüstung. Du bist gut. Mal forschen die Galerie oben. Die Galerie ist komplett geflutet. Und du siehst jetzt auch, warum. Eines dieser Rohre ist geborsten. Und aus dem schwillt diese Lava unaufhörlich raus. Es gibt hier oben auch nur einen weiteren Ausgang. Eine nicht ganz so mächtige, aber trotzdem doppelflügelige Tür. Direkt die Treppe geradeaus. Die ist aber zu mehr als drei Vierteln schon komplett zu mit Gestein. Und lässt sich dementsprechend nicht öffnen. Ich sag erstmal nichts. Jetzt kann ich, das weiß ich nicht, kann die Magierhand so ein Loch zuhalten? Oder ist das zu krass für die Magier? Das ist zu krass. Okay. Ich gehe mal hin zu der versteinerten Tür und gucke mir das an. Da gibt es wahrscheinlich gar kein Durchkommen. Die ist so ein bisschen aus den Angeln gedrückt worden. Durch die Masse. Sodass du zumindest durchgucken kannst. Durchzwängen ist so nicht möglich, weil die Tür sich auch verkeilt hat. Müsste man also ein bisschen mehr bearbeiten. Dann könnte sich vielleicht eine Person in eine schmale Person durchzwingen. Was du auf der anderen Seite siehst, ist ein recht pompöser Ballsaal. Der aber gar nicht brennt, der einfach nur schick aussieht. Ja. Das habe ich immer alles entflaschen. Okay. Ich glaube, ich habe hier was gefunden. Sonst gibt es da oben gar nichts. Nichts, was erreichbar ist, weil die Lava, wie gesagt, schon ziemlich hoch steht. Könnte sein, dass es noch andere Türen gibt. Aber diese große Ballsaal-Tür, die ist noch nicht komplett gesperrt. Du hast noch nicht so viel Headroom. Nur dann laufe ich erstmal zurück zur Treppe. Okay. Ihr seid... Ihr habt euch abgekapselt? Bitte gib mir einfach eine Packung von dem Moka. Ich wünschte, ich könnte dir was geben. Aber... Unter uns. Ich glaube, Gon hat mir mein letztes Moka geklaut. Ich weiß doch, dass du lügst. Nein, ich meine es ernst. Ich habe kein Moka mehr. Ich habe alles verkauft. Mach so. Ich gucke, ob da Moka ist. Da ist nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Natürlich hast du. Du hast so viele Packungen gehabt. Die habe ich alle Fibios gegeben. Ne, die Hälfte. Ne, die Hälfte. Du hast die Seite Fibios gegeben. Und aus der Seite hatte Gon von den zehn Stück irgendwie zwei genommen. Das heißt, du müsstest da noch acht haben. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Weil ich war nämlich auch verwirrt. Ja, ja. Ich hatte das nämlich auch so in Erinnerung. Aber dann habe ich hier geguckt und habe gesehen, da steht noch eine Anzahl an Moka-Mark. Und dachte, das ist witzigerweise genau die Anzahl, die ich Fibios gegeben habe. Aber okay, wenn ich gesagt habe, dass ich auf der anderen... Okay, das habe ich vergessen tatsächlich. Okay, das ist gut zu wissen. Also neun sind dann wahrscheinlich noch drin. Weil neun hast du Fibios gegeben. Und jetzt machst du so. Du hast ihm zehn gegeben, aber er hat eins genommen. Genau. Für ihn auch. Für die Bezahlung. Aber ich meine, du hattest da auch noch zehn und Gon hatte zwei. Das waren insgesamt nur sieben oder so, die er noch hatte. Hat er nicht insgesamt nur siebzehn gehabt? Aber Moment mal. Also ich werfe jetzt auch mal eine Zahl ein. Nee, nee. Ich sage, es sind acht und ab jetzt gilt wieder, ihr seid für euer Inventar alleine zuständig. Wenn ihr nicht wisst, was ihr habt, dann habt ihr es noch. Okay, okay. Ich habe acht. Neunzehn. Okay, aber nur zum Verständnis, weil ich es gerade nicht mehr ganz zusammenkriege. Gon hat mir alles geklaut. Und eins genommen und sofort... Weggeworfen. Eins weggeworfen und eins hat er sofort genommen. Ja, aber warum hat er nicht alles genommen? Das musst du Gott fragen. Okay, ich dachte, es gab vielleicht eine besondere Situation, dass er nur eins gefunden hat oder so. Er hat bewusst nur eins genommen. Nee, ich denke mal, die wirst du ja relativ offensichtlich im Anteil haben. Okay. Aber du hast auf jeden Fall noch welche. Okay. Und in dem Moment, wo du deine Jacke entdeckst, entdeck ich sie. Ha! Sag ich doch. Woher willst du wissen, dass das Moca macht? Sie doch... Willst du mir sagen, dass es keins ist? Das ist Pulver, das ich für meine Forschungszwecke benutze. Ich schnapp noch einen. Ja, ja, ist ja gut. Du kriegst ja was. Aber ich muss dich warnen. Du kannst nicht eine ganze Portion schniefen. Man schnief das? Ja. Ja? Ja. Der macht das so. Okay. Okay, wieso nicht? Lass uns eine Portion teilen. Nehme mir eine... Ähm... Nehme meinen Arm. Dein Arm! Aber es ist doch... Mark ist doch klebrig. Das Mark ist ein bisschen klebrig, ja. Ja. Das schnief... Jetzt! Alles klar, kein Stress. Auf jeden Fall. Ich spreite es etwas aus. Ich hatte kein Geld für Mark. Keine Ahnung. Und Salz kann man schniefen. So. Teiler sind zwei auf. Zwei Hälften. Die eine... Da ist echt das Anonymous. Die andere Hälfte... Ja, du kannst das entweder... Du kannst das auch essen. Lass dich gar nicht ausreden. Ich will so stark begonnen werden. Und jetzt? Tja, jetzt musst du mal warten. Aber es sollte schnell wirken. Dann bekommt ihr auf jeden Fall erst mal jeweils einen Zauberplatz eurer Wahl wieder. Hab ja nicht so viele. Weitere Auswirkungen folgen. Wir werden dann wieder Mocha. Nur um das nochmal aufzugreifen. Ich hab nur gesehen, dass du Mocha hattest, weil du als ihr im Wald vor uns gelaufen sind so gemacht hast. Deshalb hab ich gemutmaßt, dass da was drin ist. Ich glaube, ihr wusstet das schon beide. Weil du ihm das gezeigt hast. Ich wusste von seiner Mocha, aber wir wussten davon. Ja, ja, das wusste ich auch. Ja, genau, genau, genau. Das wusste ich... Untereinander wussten wir es. Genau, das wusste ich auch. Ich hatte nur überlegt, warum du nur ein Päckchen genommen hast. Ah, okay. Also, beziehungsweise zwei. Warum du nicht alles oder so genommen hast. Das hatte mich nur gewundert. Ich hatte ja gesehen, wie er das Zeug genommen hatte bei der Karte. Deshalb wusste ich ja überhaupt, wo ich suchen muss. Aber ich weiß jetzt auch wieder. Alles gut. Jetzt weiß ich auch wieder, wieso. Also, alright, das war unser kleiner Mocha-Exkurs. Okay, ihr beide vor der Rüstung. Was glaubst du, was das für eine Rüstung ist? Weiß ich nicht, ist mir egal. Was ist los, Eleni? Ich dachte, Perrin vertraut mir. Jetzt schließt er mich aus. Weißt du, das ist schon mal passiert. Ich hab meinen Freunden... Ich hab meine Freunde ausgeschlossen und dann ist was ganz Schlimmes passiert. Und ich will nicht, dass sowas passiert. Und deswegen hab ich Angst vor sowas. Aber... Ich kann das verstehen. Aber vielleicht hatte Perrin in diesem Moment gerade eben seinen Grund, uns nicht daran teilhaben zu lassen. Und an anderer Stelle wird er es tun. Im Hintergrund hört man uns wahrscheinlich irgendwie lachen. Was ist, wenn die Blödsinn anstellen? Medrash macht immer Blödsinn. Ich mach mir Sorgen. Bisher haben wir jede Art von Blödsinn überstanden, die uns Medrash eingebrockt hat. Und so wird es wahrscheinlich auch dieses Mal sein. Du bist einmal gestorben und Medrash ist zweimal gestorben. Ja. Ich weiß. Einer meiner besten Freunde ist immer noch versteinert in Noras Mint. Gibt es irgendetwas, was wir tun können? Nein. Aber ich möchte, dass wir keine Geheimnisse haben. Und ich weiß, ich hab viele Geheimnisse, aber... Ich hab Angst, dass Perrin was passiert. Ich kann dir diese Angst nicht nehmen. Ich glaube, diese Angst haben wir alle. Danke, dass du mit mir geredet hast. Ja, das war sehr aufschlussreich. Beginnt die Rüstung zu sprechen. Jetzt kippe ich dir einfach so gegen. Warte, warte, warte. Au! Wer bist du? Verzeiht. Ich wollte nicht unhöflich sein. Mein Name ist Atmos. Atmos? Atmos, freut uns, eure Bekanntschaft zu machen. Das ist Eleni. Ich bin Flint. Eine sprechende Rüstung? Ja, ich bin üblicherweise hier, um neue Gäste zu begrüßen. Aber irgendwas scheint nicht ganz zu funktionieren. Zuckt so ein bisschen. Ich sehe das auch und sage zu Tim. Zu Tim? Zu Tim sogar. Wer ist Tim? Er ist Tim. Zu Perrin. Das Meta mag. Forth Walbrain. Sage zu Perrin. Oh, siehst du das? Die sprechende Rüstung. Ich glaube, das Moka wirkt. Ja, die Rüstung spricht. Lass mal zuhören, was sie zu sagen hat. Hören sie das? Ja, die Kichern. Ich begutachte Atmos von allen Seiten und gucke, ob es irgendeine Veränderung gibt, die mir als Rüstungskundiger irgendwie entgegenspringt. Sieht nach einer wunderschönen, glänzenden Rüstung aus. Was fehlt dir denn, Atmos? Üblicherweise weiß ich Bescheid über alles, was im Schloss passiert. Aber die magischen Verbindungen sind irgendwie unterbrochen worden. Guten Tag, ich bin Atmos. Willkommen in Burgrabenkopf. Danke. Kennst du Aelianus? Aelianus? Ja, der oberste Schüler von Nogovius. Wo finden wir ihn? Wie kommen wir da hin? Und überhaupt... Er ist üblicherweise in der Bibliothek. Ich kann ihn gerade nicht sehen. Du kannst die anderen Räume sehen? Nein. Das macht mir Angst. Uns auch. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Magmafluss zu stoppen? Ich deute genau an die Räume. Es scheint, dass die Heizungsanlage defekt ist. Die... Was? Die Burgrabenkopf wird durch Erdwärme geheizt. Ein flüssiges Gestein von unter der Erde wird hochgepumpt, um die Räume zu wärmen. Wir befinden uns ja nun doch recht weit oben im Gebirge. Gibt es für diese Heizungsanlage einen Hebel? Ich dachte, du sagst jetzt Hausmeister. Müsst ihr in den Wartungsraum. In den unteren Bereichen der Burg wird die Pumpanlage sein und dort könntet ihr versuchen, euch mit der Heizung zu beschäftigen, ja? Wäre euch sehr verbunden, wenn ihr es reparieren könntet. Nun, ich weiß nicht, ob wir das können, aber wir könnten sie ja zumindest so lange deaktivieren, bis jemand kommt, der sich darum kümmern kann. Das wäre nett. Es fließt immer weiter in meine Richtung. Wie kommen wir dorthin? Dort, links von mir, ist eine Treppe, die herabführt. Eleni, das wird unser Geheimnis. Ab in den Keller. Wir gehen in den Keller. Bis gleich. Du kommst dann jetzt auch die große Treppe wieder runter. In der Platsch, 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 Platsch. Ach, jetzt haben wir die Schuhe an. Und, habt ihr was gefunden? Ich schon. Also, da oben ist eine Tür und die führt in einen Ballsaal oder so. Aber oben ist alles geflutet mit Steinen und flüssigem Stein und Teile davon haben die Tür versperrt. Da kommen wir also nicht durch. Ich weiß nicht, wie, vielleicht, falls wir die Lava irgendwie aufhalten könnten und dann ordentlich auf die Tür einschlagen. Aber so sehe ich, ich habe ja jetzt auch nichts zum Einschlagen gehabt. Die Rüstung kann reden. Gucke die Rüstung an. Guten Tag, ich bin Atmos. Willkommen in Burgrabenkopf. Stimmt, sie kann reden. Ich habe sie vorhin fast ein bisschen beleidigt. Ich hoffe, das ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Gut, es ist alles in Ordnung. Rüstung, kannst du einen Witz erzählen? Brauchst du einen? Das ist wirklich fies. Das ist wirklich fies. Hast du keinen D&D-Witz? Die da immer mal so. D&D-Witze aufschreiben. Sowas nennt sich gut vorbereitet. Ja, wirklich. Was macht für dich einen guten D&D-Maßler aus, dass er einen Witz hat? Skeletz zum Arzt. Sagt, was fehlt mir? Der Arzt sagt alles. Ha, ha. Gott, das... Das ist auch gar nicht so lachen. Ich meine... Der war doch gut. Du klangst gerade ganz komisch. Ja, der ist... Ist ja auch sehr lustig. Sag doch mal, wie bist du denn zu so einer Rüstung geworden? Ich meine, gibt es dafür eine Ausbildung oder... Ausrüstung? Ich wurde von Nogovius erschaffen, um Gäste zu begrüßen. Hier in Burg Rabenkopf. Das ist aber nett. Das machst du gut. Danke. Was mich interessieren würde, wo sind denn die anderen beiden? Die sind die Treppe da runtergegangen und ich zeige auf die Treppe. Was ist denn da unten? Dort unten wird die... Heizung und... Zeigt zum... Zum geschmolzenen Gestein. Aktiviert. Sie hoffen, dass sie sie deaktivieren können. Das machen die einfach ohne uns? Hinterher. Hinterher? Natürlich. Geht voran. Ihr stapft die Treppe runter und... Die beiden Treppen, die herunterführen neben der Haupttreppe... Die treffen sich unten und führen in einen langen Korridor, an dessen Anfang ihr beide seid. Und dort herunter schaut. Und dort herunter schaut. Ich spune kurz so eine Minute zurück, als ihr diesen Korridor dort ankommt. Einfach nur aus glatten, einfachen Gestein, quasi wie durch den Berg gefräst. Eine einfache geometrische, gerade Figur, die geradeaus führt und hinten in Schwärze endet. Wenn ihr so weit nicht sehen könnt. Ich auch nicht? Du hast ja auch eine Grenze auf deiner Dunkelsicht. Stimmt, du bist ja jetzt... Es gibt ja beide Grenzen auf eure Dunkelsicht. Ein recht langer Korridor. Weiter? Klar. Dann gehen wir so lange, bis uns was entgegenkommt. Oder, also, am besten eine Tür. Okay. Ihr geht weiter und vielleicht sechs oder sieben Meter gegangen, als du unter dir merkst, wie der Boden leicht absackt und es Klick macht. Warte, warte. Was ist los? Was war das für ein Geräusch? Ich bleib genau an der Stelle stehen. Eleni? Ja? Kein Schritt weiter, in Ordnung. Ihr kommt die Treppe runtergepurzelt und seht, wie vielleicht so acht Meter vor euch Flint und Eleni starr im Korridor stehen. Juhu! Eleni, du musst sie aufhalten. Bleib da stehen! Stell dich ihnen in den Weg. Flint, sag mir nicht, was los ist. Hast du die Arme so offen? Ja, ich stehe so... Ich gehe auf dich zu und umarme dich. Oh Mann! Na? Bleibt, wo ihr seid! Was ist denn los? Kommt keinen Schritt weiter. Ich... bin wahrscheinlich auf eine Falle getreten. Oh oh. Und sie ist noch nicht ausgelöst. Also... ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das noch passiert, wenn ich... Es ist... meinen Fuß anhebe. Es ist dunkel, ne? Ja. Ich weiß nicht, ist das dein Licht noch an? Das ist ja... Ja, das hat einen langen Akku. Mach mal dein Licht aus, Flint. Und ich tippe kurz auf mein Schild und lasse das Licht erlischen. Und ich setze meine Brille auf. Und gucke mir das mal an. Dann habe ich auf Nachforschung und Wahrnehmung Vorteil. Oh. Sehr gut. Was genau willst du dir anschauen? Den Boden unter Flints Füßen. Okay. Dann gehst du einen Schritt nach vorne und schaust dir das genauer an. Mach mal einen Wurf auf Nachforschung. Fallen entdecken. Vorteil. Ja. 19. 19. Okay. Ähm. Diese... Ähm. Dieser Boden ist eine recht versteckte Druckplatte. Ähm. Die, äh, so wie du das so vom Tasten her fühlst, irgendwie eine Verbindung zur rechten Wand hat. Und du gehst ein bisschen hoch, fühlst da so ein bisschen. Das ist tatsächlich ein sehr, äh, schwacher Schlitz in der Wand. Ähm. Der ungefähr von deiner Brusthöhe, ein bisschen vielleicht Bauchnabelhöhe bis zur Decke reicht. Und, ähm, was da drin ist, kannst du nicht erkennen. Aber auf der gegenüberliegenden Seite ist nochmal genau so ein Schlitz. Aber fängt sozusagen auf meiner Brusthöhe an. Ja. Und an der Decke geht der auch, der Schlitz? Genau, einmal so. Ich sage dir das und sage, also, wenn du dich hinlegst und dann ganz schnell deinen Fuß zurückziehst, bist du vielleicht sicher? Herren, wenn ich mich hinlege, muss ich erstmal meinen Fuß von der Platte nehmen. Nein, 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 nein. Du hast deinen Fuß die ganze Zeit drauf, legst dich so zurück. Das war ganz schön schwer. Und ich kann dich auch ganz schnell wegziehen dann. Du meintest, auf, auf, auf welcher Höhe beginnt dieser Schlitz? Also ungefähr dein Oberschenkel. Das heißt, es hilft mir nichts, wenn ich mich hinknie. Eher weniger. Auch in der Decke ist der Schlitz, falls du es nicht erkennst. Ja. Das heißt, es könnte auch was von oben kommen, falls irgendwas ist. Kann ich nicht einfach meine Hand dahin schieben, wo sein Fuß ist und dann kann er zurücktreten und ich ziehe die Hand ganz schnell weg? Ich weiß nicht, ob du stark genug bist, die Platte zu drücken. Flint ist ganz schön schwer. Und klopft ihm so auf den Bauch. In einer Arschruhe mit der Falle. Ich weiß ja, wo die Falle ist. Ich habe sonst nichts schweres dabei. Also ich, ich habe das Gefühl, dass wenn wir, wenn wir, wenn du dich hinlegst und du dann einfach nur deinen Fuß zurückziehst, du musst nur den Druck aufrechterhalten. Dann haben wir, glaube ich, eine gute Chance, nur deinen Fuß zu verlieren. Hm? Was? Was geht denn da vorne vor sich? Gar nichts. Also doch, Flint verliert vielleicht seinen Fuß. Ich möchte meinen Fuß nicht verlieren. Naja, lieber einen Fuß als das Leben. Gon, halt dich. Ich nehme das Stück dann von deinem Fuß und dann macht Gon das wieder dran. Habe ich das gehört? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wollt ihr da hinten bleiben oder wollt ihr auch wissen, was da abgeht? Ich warte erstmal da. Ich gehe langsam nach vorne. Ich, das Angebot mit der Hand steht, zur Not. Du brauchst deine Hand. Warum geht es hier um verlorene Gliedmaß? Du bleibst schön da stehen. Flint braucht nicht alle zehn. Das ist gefährlich, ihr könnt. Ich gehe trotzdem einmal in die Hocke und gucke, ob ich irgendwie erkennen kann, dass da so eine Art, dass ich irgendwo sowas reinklemmen könnte oder sowas in die Richtung, dass da ein Schlitz ist, dass ich irgendwas dagegen stemmen kann, um es quasi zu blockieren, um diesen Schalter vom Hochgehen zu hindern, am Hochgehen zu hindern. Der ist sehr gut versteckt in dem Boden, sodass man ihn nicht gesehen hätte oder nur sehr schwer gesehen hätte, ohne draufzutreten. Das heißt, der Boden ist einfach nur quadratisch abgesackt. Kannst du versuchen, das irgendwie zu verkeilen, wenn du was ganz Schmales hast? Habt ihr irgendetwas Schmales? Etwas vielleicht... Ein Dolch wird es schon zu breit sein, ne? Ja, der wird ziemlich schnell, glaube ich, weiter. So ein Küchenmesser ist halt eher schmal, ein Dolch ist meistens ein bisschen dicker, würde ich sagen. Wie robust sind denn diese Glitzerschuppen? Sind doch schon... Nicht so. Nee. Für Schuppen, nee. Was ist denn da vorne los? Flint steht auf einer Falle. Was für eine Falle? Eine Druckfalleplatte. Ich hab hier so eine Rippe. Weiß ich nicht. Vielleicht kann man das gerade dazwischen schieben. Ist nicht die dünn genug? Für eine Rippe? Na, hab ich doch nicht mehr. Ich muss gerne. Ja, ja. Zu dänken. Ich fürchte, das wird nicht passen. Ähm... Ja. Hab ich noch dein Seil? Nee, ich hab dir das zurückgegeben. Du hast mir wiedergegeben. Perrin. Ja. Was hältet ihr davon, wenn ich... das Seil um meinen Körper binde und ihr mit einem kräftigen Ruck alle zusammenzieht? Okay. Hinlegen magst du dich trotzdem nicht. Dass du wenigstens unter der Seite bist. Ich habe nur Sorge, dass wenn ich mich versuche hinzulegen, an irgendeiner Stelle vielleicht nicht genug Gewicht auf diese Druckplatte gebe und dann... Gut. Ich binde das Seil um deinen... deine Hüfte. Ich möchte, dass ihr alle auf drei zieht. Ich zähle. So fest ihr könnt. Habt ihr verstanden? Natürlich. Ja. Medrash. Ja. Gon. Ja. Ja, ja, ich... ich komme. Was braucht ihr denn? Auf drei. Ziehen auf drei. Zieht ihr so kräftig, wie ihr könnt. Alles klar? Jetzt machst du mit? Also... Also ich packe an und tue so, als ob ich mitmache. Dann musst du zumindest näher zum Mietraufschluss. Ja, ja, also ich packe schon an dem Seil an. Sehe ich das jetzt richtig? Also ihr wollt hier hin und dann ziehen, oder was? Ja. Perre, lass mich nach vorne. Wieso? Weil ich der Stärkste bin. Eins? Genau das. Oje. Von mir aus? Zwei? Und was ist, wenn er hier stehen bleibt? Drei? Und da beenden wir die... Nein. Du spürst einen starken Ruck, versuchst deinen Fuß noch so lange wie möglich auf der Platte zu halten. Nach hinten gezogen. In dem Moment, wo dein Fuß die Platte verlässt, sausen mehrere... Ja, quasi Axtklingen, die von oben festgemacht sind. So an diesem... An dieser Platte vorbei. Bis auf den Boden? Fast bis auf den Boden, weil sie da so eine Kurve machen. Das heißt, da hast du dich hingelegt, da wärst du einmal gecuttet worden. Ja. Und du liegst jetzt hier. Und die hören auch nicht auf. Flint, Flint, geht's dir gut? Fällt dir an dem Seil? Ja, ja, ja. Ich möchte hochheben. Die sind mit Metall fest. Also Metall, es ist quasi ein massives Stück Metall, Klinge und drei Stück, die mal... Ich gucke mich in der Zeit, wo die reden, gucke ich mich um, ob ich dort, wo wir sind, noch weitere Fallen entdecke. Ja, dann gib mir nochmal einen Wurf. Auf. Investigation. Nach Forschung. 20. Da, wo ihr seid, keine weiteren Fallen. Ich bin super wütend und renne die Treppen hoch. Okay. Äh, zu der Rüstung. Ja. Bist du wahnsinnig? Du hättest uns von den Fallen warnen können. Mein Freund wäre fast da aufgegangen. Äh, es ist gut möglich, dass Nogovius in dieser Burg Fallen aufgestellt hat. Was heißt hier gut möglich? Erzähl uns von den anderen Fallen. Was er erwartet uns da noch? Ich... Dieser Eintrag fehlt. Wie der Eintrag fehlt? Meine Erinnerungen sind fehlerhaft. Es tut mir leid, euch Unbehagen bereitet zu haben. Kann ich die Rüstung mitnehmen? Du kannst es sicherlich versuchen, ja. Kommt jetzt mit! Packt die Rüstung und schleift sie mit. Okay. Ha, das ist... Das ist... Ungewöhnlich, aber... Äh. Kommt die Treppen runter. Ich hab unseren Freund mitgebracht. Als du von der Treppe runter schreitest und in den Korridor gehst, erschlafft die Rüstung. Hey, nicht schlapp machen! Hey, Sportfreund! Hallo! Ich stell sie mal wieder zurück. Die Treppe hoch und stell sie an ihren Platz. Ja, als du die wieder auf den Rüstungsständer packst, das ist so ein kleiner Kugelsockel, wo du die so drauf drapieren kannst, ähm, erwacht sie wieder. Huh, das war eine seltsame Erfahrung. Willkommen an Burgrabenkopf. Ich bin Atmos. Aufmerkseinstellung zurück. Das ist doch gut, aus und an machen. Ich werde nur Govius von dir berichten. Bitte nur Gutes. Das werden wir noch sehen. Geh wieder runter. Nehmt euch einen Geschenkekorb aus dem Beilsaal. Was? Warum musst du es dabei sagen? Die Treppe hoch, geradeaus die Treppe hoch. Ich rufe runter. Ich komme gleich. Schaut schon mal, was ihr an Fallen findet. Ja. Okay. Ja, du bist nicht mehr hier unten. Was macht ihr in der Zwischenzeit, während er hoch und runter und... Ich halte meine Rippen. Mach das Seil ab von ihm. Sharon, erkennst du was? Sind da noch mehr Fallen? Ich... auf der rechten unteren und linken unteren Seite schon so ein paar Safe Spaces. Aber es ist eng. Nö, nö. Noch nicht. Und ich gucke, ob man sie irgendwie anhalten kann. Wie? Ja, das gucke ich ja. Oh, nochmal die Rüstung. Ob ich irgendwas sehe. Wie möchte ich das tun? Ich gucke, ob es einen Schalter auf unserer Seite gibt. An der Wand vielleicht. Das ist ja schon alles nachgeforscht. Okay, es gibt nichts. Auch an den Wänden, gar nichts. Es gibt auch keine Möglichkeit. Die schwingen auch nicht aus oder so. Die schwingen einfach weiter. Fröhlich. Perpetuum. Mobile. Magiel. Magiel. Genau. Ja, wie möchte ich das tun? Ich weiß es nicht. Und wenn wir einfach wieder auf den Knopf draufdrücken? Oder ist das so ein Ding, was man nicht anhalten kann? Wie viel Platz ist denn zwischen den Sicheln? Ach so. Wie viel Platz ist denn zwischen den Sicheln? Ich sehe ja hier gar nichts. Bleib mal hier stehen. Ich gucke es mir an. Ich glaube, das Licht ist noch an. Nee, er hat es ausgemacht. Ach so, hat er. Ja, weil ich ihn drum gebeten hatte. Kann man auf die Platte nochmal drücken? Die ist eingedrückt. Kann man sie versuchen hochzumachen? Kannst du nirgendwo greifen. Wenn du nochmal vorsichtig drückst, passiert nichts. Kann ich. Und eine der anderen Platten ist auch nicht zu drücken, dass die wieder hoch geht. So ein Reset-Knopf. Links davon ist natürlich auch noch eine Platte, weil das ja ein breiter Korridor ist. Nur die ist noch bewegbar. Ich drück drauf. Okay. Ist eingerastet, aber es passiert nichts. Cool. Also ich habe jetzt noch eine Platte gedrückt, aber ich glaube, das wäre auch nur noch ein Auslöser gewesen. Und an den Wänden ist nichts? Nicht, dass ich sehe. Vielleicht hätten wir ja die Platte zuerst drücken müssen, damit die nicht auslöst. Aber wir hätten weder die eine noch die andere Platte auslösen dürfen. Gon, bist du oben irgendwie weitergekommen? Ähm, habe ich euch davon erzählt? Oben ist alles Magma überflutet und diese versteinerte Tür. Ah, gut zu wissen. Und man kann das, du kannst es nicht aufhalten von oben oder so. Ich habe versucht, das Leck zu stopfen in der Heizungsanlage, wie Atmos es genannt hat. Aber das war zu stark. Dazu bin ich nicht in der Lage. Und ich besitze auch keine Zauber im Moment, um es abzukühlen. Ich weiß auch nicht, ob das was bringt, wenn wir den Magmafluss nicht aufhalten. Ähm, ich probiere mal was Blödes. Akku schwach. Wird ausgeschaltet. Ja. Die Rüstung. Steht Strom an, okay. Ja, Strom anmachen ist nie schlecht, ne? Herr Bär. Aber die ist jetzt aus wahrscheinlich. Mach sie wieder an. Ich wirke fesselnder Schlag auf meine Armbrust und schieße einmal auf die Sicheln. Ah, okay. Das kannst du tun. Dann machen die Stärke Rettungswurf, ne? Ja, das machen sie. 18. Du hast es geschafft. Ich probiere es nochmal. Ja, du schießt drauf und es ergeben sich Ranken, aber die werden wieder weggerissen von der nächsten Sicheln, die nachkommen. Mach es gleich nochmal? Gleich nochmal. Okay. Oh, brennt wahrscheinlich. Wie viel? Checken. Ja. Äh, 19. Hör doch auf, Junge. Die sind stark. Hätten wir doch nur Medrash hier mit seinem Nebelschritt. Ich mache so eine Geste und lasse meine Magierhand erscheinen und schicke die 9 Meter nach vorne. In der Hoffnung, dass ich noch so weit sehen kann. Und lasse sie so an der Wand was abtasten. Passiert nichts. Und beim Boden, aber kann ich über dem Boden gucken, ob da Platten sind mit der Hand so, ob ich die reindrücken kann. Weiterhin. Gut, was machst du oben? Ähm, in welchem Saal soll das sein? Im Ballsaal. Im Ballsaal. Und der ist auch oben. Ja. Das ist doch Magma. Ja. Ich laufe die Treppen hoch, bis das Magma beginnt. Äh. Da war ja was. Ich schnappe wieder runter. Hast du mal nach oben geguckt? Oh. Die Heizungsanlage scheint defekt zu sein. Ja, das hast du uns vorhin schon erzählt. Willkommen bei den Dice-Actes. Das ist Folge 26. Rätsel können wir. Im Kreis drehen können wir uns. Wie komme ich jetzt an meinen Geschenkekorb? Der Weg zum Ballsaal scheint versperrt zu sein. Es tut mir leid. Ähm. Kommt zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn nur Govius den Ballsaal freigeräumt hat. Wo kann ich noch hin, außer in den Keller? Die Galerie hat noch weitere. Oh. Bleibt nur der Keller. Du schaust dich um. Es gibt noch eine weitere Tür, die auf dieser Ebene aus dem Foyer rausführt. Wenn du durch die Doppeltür reinkommst, auf der linken Seite an der Wand ist noch eine weitere Tür. Mach ich einfach mal auf. Okay. Du gehst rüber. Und machst mal bitte einen Rettungswurf, den ich mal gerade checken muss. Oh shit. Der Mann läuft mit gefühlt fünf gebrochenen Beinen rum. Echt so? Und geht alleine rum. Das hat ihn aber auch keiner aufgehalten von uns. Oh shit. Du hast Nachteile, du hast Erschöpfung, mein Freund. Was für ein... Ja, lass mich kurz gucken. Dann sagst du dir da noch. Der soll spüren, was er da macht. Nein, vollkommen pädagogisch absolut richtig. Korrekt. Äh, Athletik oder Akrobatik. Kein Rettungswurf, sondern Athletik oder Akrobatik. Kann ich mir aussuchen? Ja. Dann nehme ich Akrobatik. Und hast. Ähm, mit Erschöpfung. Aber das ist sowieso ein Nachteil gehabt, von daher. Ja, also schlechter wird es, glaube ich, nicht. What's up? Das ist noch schlechter geworden. Jetzt noch das Foyer 1. Nur 1, tot. Das heißt, äh... Ich gehe aufs Klo. 3. Hier war das Foyer. Und vielleicht 1, 2, 3, 4. Eine wunderschöne Mitteltreppe, die hochführt. Oh, ich kann es mir vorstellen. Hier ist eine Rüstung. Hier ist eine Treppe, die runterführt. Das ist auch eine Treppe, die runterführt. Und dann haben wir hier eine obere Gegend, die überflutet ist. Hier geht es in den Ballsaal. Du kannst so gut malen. Hier hat Treppe dementsprechend. Und hier ist auch Treppe. So. Medrash. Medrash. Und dann habe ich die hier rübergeholt. Steht hier. Er öffnet eine Tür. Diese Tür springt dich an. Und... Versucht dich... Oh, Gott. Es ist ein Door-Mimic. Cool. Versucht dich zu packen. Und schafft es dann wohl dementsprechend auch. Und... Dann gibst du mir mal bitte Initiative. Ihr alle. Ach, Medrashi. Nein. Oh. 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 Perrin. Elf. Medrash. Siebzehn. Schlitt. Zwansch. Gondon. Net 20 und 23. Wird das zweimal. Ja, Eleni. Elf. Irgendwas stimmt mit Medrash nicht. Eleni ist Formel. Oh, irgendwas stimmt mit Medrash. Fertig. Okay. Dann... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bekommst auf jeden Fall, du bist auch überrascht, bekommst auf jeden Fall den ersten Angriff, ähm, ohne dass du dagegen etwas tun könntest. Und... ...der ist leider kritisch. Das heißt, du bekommst... ...äh, zwölf Wuchtschaden. Das stimmt nicht, sind zwölf Stichschaden. Nein, nein, nein. Gerade mal wieder gehabt. Die Rüstung, ob sie... Und acht Säureschaden. Der Mann liegt am Boden. Durch den geifernden Sabber dieser Tür, die wir leider in der Kamera nicht so schön sehen, aber in der Kamera kann man es schön sehen. Diese geifernde Tür hier. Ja, ist sie drauf? Da müsste es drauf sein, ne? Halt sie doch mal schön einmal rein. Ist es auf der Kamera drauf? Ist es drauf? Das ist drauf? Das ist wirklich schön sehen kann. Ah, nice. Ja, und, äh, dann hört ihr hoffentlich noch einen Schrei. Danke. Und, äh, daraufhin darf Gondas Erster agieren. Ja, ich, äh, ich renne drei, vier Schritte bis, bis da vorne, wo die Treppen hochgehen. Verdammt! Irgendwas hat geklickt unter mir. Nein, 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 ich bleib da vorne stehen. Okay, hier. Leute, ich komm nicht weiter. Kleiner Mieser. Und Clint ist dran. Ich, passiert alles gleichzeitig. Das heißt, ich laufe wahrscheinlich kurz hinter ihm? Ja. Ja, dann hat er zuerst reagiert. Und dann hält er vor dir inne. Noch ein... Äh, äh, wer bleibt bei Gondas? Ich, 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 ich gehe nach oben. Und hüpfe quasi, weil ich ja weiß, dass immer, also ich gehe davon aus, dass immer zwei Platten dann entsprechend ja zusammengehören. Kann so tun. Und mache ich auch. Ähm, und laufe soweit ich kann noch. Eins, zwei, drei, ne, das war eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Du bist hier. Äh, Medrash liegt vor der Tür. Und sonst nichts? Nö. Äh, liegt bewusstlos vor der Tür und, äh, seine, seine, seine Arm, seine Kleidung ist so ein bisschen verätzt. Darf ich jetzt noch was machen eigentlich? Nö, eigentlich ist mein Zug ja... Es ist zwei Aktionen gemacht, ja. Ja, danke. Gut. Medrash macht einen Todesrettungswurf. Und, äh, dann ist Eleni dran. Achso, stimmt, ja. Den machst du ja. Äh, ich renne bis zu Gond. Mhm. Und, äh, frag ihn, äh, aber hier bin ich doch mit Flint lang. Wie konnten wir da nicht drauf treten? Was, äh, was ist denn los? Ich, ich kann den Fuß nicht bewegen. Und ich taste auch die Wand ab, ob da wieder irgendwas ist. Okay, gib mal einen Wurf auf Nachforschungen. 23. Du findest nichts. Aber, äh, Wann, das sieht sicher aus. Dann zieh mich weg. Ja, ich zieh an dir. Okay. Perrin? Ähm, ich schub's Gond und sag, du musst dich getäuscht haben. Ich hab doch alles abgecheckt. Boah. Dann steu ich nach vorne. Okay. Ja. Na los, Gond, auf mit dir. Okay, und du läufst vorbei? Ja, und rann hoch. Okay. Ja, dann kommst du da sicherlich hinter ihm raus und siehst auch, was dort los ist. Was ist denn mit Medrash los? Fertig. Gond ist dran. Dann lauf ich weiter. Mhm. Auch hinterher? Ja, na klar. Wenn ich muss. Und Lenny? Ja, ich dann auch. Also Mensch, Flint erstmal, sorry. Ich bleib da stehen, allein im Kehl. Flint. Ähm, 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 ich... Alleini ist wieder da. Ich beuge mich rüber, also ich knie mich nieder zu Medrash. Und sage, ähm, Fehler, verschone ihn vor allem Bösen und stabilisiere ihn. Ja. Ähm, Wortlaut war, warte mal, ähm, Verschonung der Toten. Und, ähm, hab ja keinen... Ist ja nix. Alles gut. Und, und, also sehen, sehen, ich sehe ihn an und, und, und gucke, was alles passiert sein könnte. Eleni kommt hochgelaufen, es gibt keine Gefahr mehr. Genau. Und hier steht hier oben. Und, oh, du hast das Ganze wie Medrash die Augen wieder öffnet. Du bekommst einen Punkt Erschöpfung. Aber, nee, warte mal, er ist eigentlich... Wie viele Treppen? Darf er aufwachen? Weil er hat eigentlich ja nur... Achso, du hast ihn stabilisiert, ne? Hast ihn nicht geheilt? Nein. Ah, okay. Ich dachte ja, wir hätten dann wen anders dafür. Dann hat er einen Trefferpunkt und, äh, ist stabil, aber bewusstlos. Okay. Ja. Dann dürft ihr. Gon, kannst du ihn natürlich was auch immer. Medrash. Och, was machst du denn? Wir müssen aufpassen. Okay. Ich weiß nicht, was passiert ist. Er lag hier so. Sechs Trefferpunkte kriegst du halt. Dann macht er auf. Oh, danke, Leute. Medrash, hör auf, alleine rumzulaufen. Ja, das war wohl nicht so klug. Was ist denn passiert? Ja, diese verdammte Tür hat mich angegriffen. Welche Tür? Ich drehe mich um zur Tür. Zur Tür. Na, ich meine es ernst. Diese Tür hat sich, hat auf einmal so einen hässlichen Mund bekommen und da kam so eine Zunge und die hat mich gepackt und verätzt. Gehe an sein Ohr ran und sag, ist das das Mokka? Weil das brauche ich nicht. Nein, ich meine, okay, diese sprechende Rüstung war schon etwas seltsam, aber normalerweise wirkt Mokka nicht so. Warte mal kurz, ich frage mal die anderen. Ähm, die Rüstung da hinten, die spricht, oder? Atmos? Ja. Atmos spricht ja. Alles gut. Zack ich doch. Eleni, du hörst aus dem Raum hinter der Tür ein leises Kichern. Ich tritt gegen die Tür. Okay. Oh nein, nein. Wir bleiben einfach in der Initiative-Reihenfolge. Darf ich nicht nochmal wirfeln? Äh. Und ja, dann mach du mal deinen Angriff. Einfach ganz normal waffenlos. Achso, waffenlos kommt wie viel drauf? Ähm, du machst einfach W20 plus Stärke. Achso. Plus Übung. Sechs. Insgesamt. Ja. Hast du das geworfen? Eine Sechs, dachte ich. Achso, ja, plus Stärke-Modifikator plus Übungsbonus. Aber Stärke-Modifikator, achso, ne, ist ja null. Ja, dann noch plus Übungsbonus. Neun jetzt. Ach, drei. Ja, danke. Also neun zum Treffen. Ja, reicht nicht, um diesem Wesen Schaden zu machen. Ähm. Und, äh, das war ja auch sehr überraschend, weil du es ja auch nicht angekündigt hast. Dementsprechend sind alle überrascht. Und das Viech dreht sich um und will was von dir. Ich will es ja gerade hier nochmal ein bisschen. Willst du einfach? Genau, danke. Nicht, ne, 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 ich will da auch schon vorne sein. Du warst beim Medrasch. Ich war zwischen Medrasch und der Tür. Ich war auch beim Medrasch, tatsächlich. Ich habe ihm gerade noch ins Ohr geflüstert. Ja, das ist richtig. Danke, Team. Und jetzt macht das Ding mal ordentlich Flächenschaden. Jetzt macht das Ding mal. Ja, es erscheint wieder eine Fratze und versucht dann, dich zu packen. Und zwar an dem Fuß, mit dem du gerade gehauen hast. Das heißt, du machst mal bitte einen Wurf auf Athletik oder Akrobatik. Mit Nachteil. Mit Nachteil. 18. Okay, dann packt es dich nicht, aber es greift sofort hinterher und versucht mit der Zunge nach dir zu schlagen. Rückhand, wir wissen. Und das ist eine 16 zum Treffen. Trifft genau, ich habe auch 16. Dann kriegst du einmal sechs Wuchtschaden. Gute alte Rückhand. Und musst noch mal einen Wurf auf Athletik oder Akrobatik machen. Oh, natürliche 20. Genau, diesmal ohne Nachteil. Natürliche 20 dann. Okay. Gut, dann hast du Glück gehabt, dass die Zunge nicht an dir klebt. Okay. So, dann drehe ich dich wieder um. Alle sind nicht mehr überrascht. Grunde darf zuerst. Weg von dieser Tür! Und renne nach vorne zu Medrash und zieh ihn so ein bisschen zurück. Mhm. Das kannst du. Ach, danke. Ja. Du lagst ja noch. Ja, genau. Ja, genau deshalb. Gut, Flint. Komm Eleni zur Hilfe, stell mich vor die Tür. Mhm. Ich sage Pelos Zorn durch meine Hand und wirke brennende Hände, um sie dem Mund der Tür entgegen zu mir. Du musst die Tür einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen. Ich habe jetzt nicht unbedingt irgendwelche Nachteile drauf. Es ist trotzdem nur eine 12. So, 3, 4, 6, das sind sieben, zehn. Zehn. Mit 3, 4, 6. Okay. Dann brennst du die Zunge und etwas von den Scharnieren mit deinen Händen an. Tu es noch etwas. Äh, Eleni, alles in Ordnung? Ich habe mich nur erschrocken. Ich dachte gerade schon, niemand spricht mit dem Händen. Ich würde sagen, ich stehe erst mal auf. Ja. Und dann? Habe ich dann noch einen Zug? Du hast nur deine halbe Bewegung verbraucht. Okay, aber kann sich nicht mehr bewegen. Alter. Da bist du ja, du hässliche Fratze. Ach ja. Und pack mein stärkstes Ding raus. Sengender Strahl. Mhm. Alle drei natürlich auf ihn. Alle mit Nachteil. Warum? Wo du erschöpft bist. Oh. Dann muss ich ja sechsmal werfen. Ja. Okay. Zwei mal für jeden Strahl. Nimm einfach zwei Würfel. Soll ich das? Darf ich das? Ja. Das ist der erste nicht wahr? Doppel eins. Ist egal. Ja, ist doch super. Hast du die Einsen raus? Ja. Siehste? Elf plus. Zauberbonus halt. Zauberangriffsbonus. Ja, äh, siebzehn. Trifft. Ja, okay. Das ist neun. Gut. Also einer trifft. Hast du nicht vier? Acht meine ich. Was? Du kannst doch fragen, auf welchen Grad er das wirkt. Ach so. Äh, ja stimmt. Ich hab's jetzt auf dem zweiten Grad gezaubert. Dann machst du deinen Schaden für einen davon. Zwei bis sechs. Sechs. Sechs, okay. Medrash nicht ganz bei Kräften. Zielt mit seinem Zauberstab. Lässt drei Strahlen erscheinen. Einer davon trifft die, ich wollte gerade hier zeigen, aber trifft die Tür an der oberen Ecke und versenkt dort das Holz. Immerhin hat der getroffen. Und damit bist du durch. Und das Viech ist dran. Und das möchte ich jetzt einmal nach Flint schlagen. Komm doch. Ich wirke schützendes Flack. Okay, ich hab kein schützendes Flack. Am Herzen. Und das ist zum Treffen eine 19. Trifft nicht. Ich werde mit meiner Reaktion, ähm, wie heißt das nochmal vergessen? Rache der Sonne. Von meinem Schild ausgehend. Ne, von meiner Rüstung ausgehend. Zwei Feuerschaden noch zurückgeben. Okay, dann hat es versucht, dich mit der Zunge zu erwischen. Und kriegst dabei Feuer von deiner Rüstung ab. Und dann ist Eleni dran. Ähm, darf ich ganz kurz was fragen? Ähm, weil es mir gerade einfällt. Ähm, wir haben ja vorhin Moka-Mark genommen. Ja. Du hast uns dafür einen Zauberplatz zurückgegeben. Ja. Das ist ja dann dieselbe Wirkung, äh, wie normales Moka-Salz. Ja, ich sagte, weitere Auswirkungen folgen. Folgen, ja. Die sagt er uns dann noch. Ah, okay. Du forschst ja noch. Reicht es nicht, dass um dich herum alles weird wird? Ja, ich dachte so ein bisschen Power irgendwie, dass ich nochmal, äh, Würfeln da runter... Du bist der Zerf, Junge. Du bist komplett ruhig. Ja, aber ich hab auch Moka genommen, ja. Also... Die Lava bewegt sich nicht nach unten zu uns. Nicht so schnell. Okay, dann werfe ich meinen Bogen hinter mich und hol den Rapier raus und will zustechen. Warum immer wegwerfen? Warum nicht? Das ist viel cooler. Nein, weil du... Ich muss ihn fallen lassen. Achso. Regeltechnisch. Sonst darf ich nichts mehr machen. Genau. Du kannst nur eine Waffe, Waffenbewegung machen pro freie Aktion. Ja, und dann würde ich mit dem Rapier gerne zustechen. Ja. Scheiße. Mit einer vier... Nee, 13. Trifft. Echt? Es ist eine Tür. Die Tür springt zusammen. Äh, warte, warte, ein W8. Eine große Folge. Ja. Sie haben geklopft. Zehn. Zehn nekrotisch Stichschaden mit dieser lila Aktion. Sehr gut. Dann auch dort, als du die Zunge einmal anhaust, wird die jetzt schwarz an einigen Stellen und verkrustet. Eklig. Ähm, machst du noch etwas? Mit meiner raffinierten Aktion ziehe ich mich zurück. Mhm. So dahin, wo ich meinen Bogen vielleicht hinge... Ja, perfekt. Sehr gut. Da ist Perrin dran. Ähm, Jagdbeute auf die Tür. Mhm. Klöngel da alles drauf. Ja, alles los. Klöngel, döngel. Dann greife ich an mit einer 19 zum Treffen. Hau da auch noch meinen bevorzugten Gegner drauf. Jawohl. Das funktioniert alles. Aha. 15 Stichschaden. Oh, sehr gut. Und dann greife ich noch mal an. Tür hängt schon so ein bisschen in den Angeln. Mit einer 11 zum Treffen. Das reicht nicht. Ach. Mokka. Du, ihr wisst. Ähm, ähm, äh, wieso treffe ich denn nicht? Das ist eine Tür. Und bin fertig. Tür. Okay, dann ist Kommen dran. Jetzt halten wir uns doch nicht ewig an dieser dummen Tür auf. Nach zwölf Sekunden. Ja, das ist schon zu lang. Ich kann, ich, Flynn steht voll davor, richtig? Da werde ich nichts werfen. Mhm. Ähm, und du machst so eine Bewegung und um dich herum, entschuldige, um dich herum entstehen so Glühwürmchen und setzen sich so auf deine Haut, so. Ähm, Leute, ich, ich habe so langsam auch keine magische Macht mehr. Und heilig. Was ist das denn? Oh Gott, hat das weh? Nee, tatsächlich nicht, das war nur laut. Okay. Sorry, Malte. Äh, und lasse, äh, eine Flammblume in meiner Hand entstehen. Ähm, die ich nicht werfe. Aber ich halte sie bereit, für den Fall, dass Flint zur Seite geht. Okay. Äh, Flint. Ich hau drauf. Sehe ich einen Türknauf eigentlich? Hat die Tür einen klassischen Türknauf? Ja. Dann würde ich nicht auf das Ding, auf das Viech an sich hauen, sondern auf den Knauf. Okay. Mit einer 17 zum Treffen. Das trifft. Und das macht sieben Schaden. Wucht. Sehr gut. Äh, da ist von der Tür nicht mehr so viel über. Noch etwas? Sonst ist Medrash dran. Nö. Steht mir Flint jetzt komplett im Weg für einen Angriff? Das Ding kriegt zwei Rüstungen mehr. Große Tür. Äh, diesmal schwinge ich meinen Stab, bis er knistert, damit ich, äh, einen ganz normalen Blitzpfeil werfen kann. Äh, zwei Rüstungen, zwei Rüstungen, zwei Rüstungen, zwei Rüstungen, dann haben wir erst mal... Rüffel für mich mal bitte einen W-100. The fuck? Mhm. Okay. Halt. Falsch. Was? Ein W-100? Ein Zehner und ein Derhunderte. Das ist ein W-100. Ach so, na klar, die Kombination, ja, ja, natürlich, ja, ja, okay. 49? 49. Okay. Du, äh, du machst deine Bewegung, um den Blitzpfeil zu wirken und als du, äh, deine magischen Worte sprechen willst, kommt aus deinem Mund nichts heraus. Zumindest kein Schall, aber rosafarben Luftblasen. Während ich gerade... Ja, so Seifenblasen. Jawoll! Und nichts geschieht, nehme ich an. Nichts geschieht. Say no ka to mo ka. Give me more mo ka. Währenddessen haut das Mimik nochmal auf Flint mit einer 18. Okay. Und, äh, dann ist Eleni dran. Möchte ich den Bogen wieder aufheben? Ist das eine Aktion? Ja. Dann kann ich nichts mehr sagen. Also, kannst du das Schwert fallen lassen? Ja. Ja. Dann kannst du nochmal schießen. Ja, das möchte ich. Das ist ja auch nicht bewegt. Kannst du sicher ziehen. Ah ja. Ein unständiges Jonglieren. Wie cooler. 24 zum Treff. Das trifft. Das trifft. 22. 22. Du haust einmal gegen eine der Türscharniere mit deinem Pfeil direkt rein und spaltest das Ding. Und es peutert nach vorne um. Und, äh, die Tür fällt zur Seite. Dahinter ist Wand. Verpickte Scheiße. Ich fasse die Wand an. Ja, das ist kalte Wand. Ist ein bisschen, ein bisschen feucht. Aber... Ich gucke fasziniert Medrash an. Kann ich wieder reden? Nö. Also, dieses Viech musste ihn verzaubert haben. Ich laufe zu ihm hin, zum Medrash, und sehe mir das an. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Also, seit vorhin passieren komische Dinge. Das ist irgendwer schon mal gesehen. Gon? Also, ich als jetzt Gon, sagt mir wilde Magie was? Oder sagt mir das in dieser Welt? Ist das Mocha anders? Wie, wie... Äh, du weißt, dass es, wenn man sich mit Magien nicht so auskennt, können solche... Effekte entstehen, ja? Wenn man sich nicht auskennt, darf ich das zitieren. Wenn man etwas anderes machen wollte. Ja, klar, kannst du, ja. Also, Magie-Schüler machen auch mal aus Versehen solche Effekte, ja. Das ist Medrash sicherlich auch bewusst. Ihr habt sie ja kennengelernt, Morelia. Erinnerst du dich? Mhm. Auf der Magier-Akademie, ähm... Die, die nicht so talentiert waren. Naja, wenn so ein Zauber fehlschlägt, ähm... Ich hab einmal einen Einblick darin bekommen, dann passiert genau sowas. Lächerliche Effekte wegen unzureichender Magie. Medrash, du bist noch am Anfang von deinem Magier-Dasein. Und talentiert auch. Das passiert. Gon! Entschuldige, ich teile nur meine Informationen mit euch. Ja, aber es... Es ist doch eine sensible Seele, der Medrash. Sieh ihn dir an. Und deine Stimme kommt wieder. Was fällt dir ein? Untalentiert. Ich hör auf, dich mit den Glitzern zu beiriefeln. Also, er hat ja nur zitiert. Das war ein bisschen unsensibel. Ich weiß nicht, ihr habt Morelia ja kennengelernt. Ja, aber du bist ja nicht Morelia. Ich bin doch ein großer Magier. Das kann jedem mal passieren. Oh, natürlich bin ich auch Morelia. Medrash, du bist dir nicht so zu Herzen. Du wirst das schon noch schaffen. Das ist alles gut. Gut. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Das ist mir schon ein wenig peinlich. Aber ich schätze, ein Meister fällt nicht vom Himmel. Oder so. Du bist auch Morelia? Ich dachte, das ist klar, irgendwie ein Teil von dir, eins deiner... Aber du bist doch du. Also, ja, ich bin ich und ich bin halt die jene, die ihr bisher auch kennengelernt habt. Ja, klar, das macht dich irgendwie aus. Aber du bist doch trotzdem gone. In dieser Gestalt, ja. Kennt ihr? Ich bin nicht... Perrin steht da, wie dieses Meme von dieser Frau, wo die ganzen mathematischen Formeln so davor... Wer ist Morelia? Weiß ich ja wirklich nicht. Nee, du hast sie nicht kennengelernt. Das ist wieder ein ganz anderes Kapitel. Ich gehe rüber zu Atmos. Und sage so, kann ich irgendwie Norgavius erreichen? Norgavius befindet sich in den... Nein! Kannst du irgendwie Norgavius erreichen? Meine Magie ist leider geschwächt. Ich habe keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Wenn wir deine Magie verstärken, damit du ihn erreichen kannst. Ich weiß leider nicht, was meine Verbindung unterbricht. Vielleicht hängt es mit der Zerstörung des Foyers zusammen. Dann können wir euch nicht helfen. Ich gehe zu der Tür, wo ich reingekommen bin. Da lang? Ja, da wo wir herkamen. Ja, also raus. Ja, ich gehe nach ganz draußen. Ja, kannst du mal. Und wenn sich einfach jemand aus unserer Gruppe, der besonders flink und gelenk ist, an den Sensensicheln, ich weiß nicht, an dieser Apparatur da unten vorbeischleicht? Naja, ich dachte, wir hatten vorhin überlegt, dass Medrash sich wieder rüber zaubern könnte. Aber ich meine... Stimmt. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich glaube, ich war in letzter Zeit ein wenig unvorsichtig. Wer weiß, was sich hinter der Falle befindet. Vielleicht die nächste Falle. Herr Flint, mach dir Licht. Und ich habe auch schon mal geguckt. Ich gucke auch noch mal, ob ich dahinter was sehe. Du darfst halt nicht zu weit springen. Einfach nur kurz dahinter. Schwups. Na gut. Dann kannst du die Falle entschärfen, hoffentlich. Und wenn nicht, kommst du hoffentlich noch zurück. Ohne Fehler. Leute, ihr müsst wirklich auf mich aufpassen. Die Zeichen stehen ungünstig. Du bist weggerannt. Wer hätte denn erwarten können, dass diese Tür ein verdammtes Monster ist? Vielleicht der Magma überflutete Gang da oben? Oder die Rüstung? Das hätten wir die Rüstung fragen sollen. Ja. Hier ist hinter der Tür ein Monster. Ja. Chance verpasst. Frage, ich habe jetzt immer. Lass uns doch erstmal wieder runter zu der Falle gehen. Eleni ist rausgelaufen. Also Richtung Garten. Ja. Ich laufe hinter Eleni her. Kurz. Ich hole schnell Eleni. Geht schon mal vor. Ja. Eleni? Ja. Wir gehen nach unten und hoffen, dass Medrash sich hinter die Falle zaubern kann. Das bringt doch alles nichts, Perrin. Wieso nicht? Dann kann er die Heizung kaputt... Nein, nicht kaputt machen. Und... Warum willst du denn diese Rätselspiele hier mitspielen? Was willst du denn machen? Norgovius will unsere Hilfe. Und jetzt stellt er uns hier vor Prüfungen. Wozu? Ich dachte, es eilt. Von draußen schlagen Leute auf seinen Schutz... Auf seine Schutzwall... Dings. Und wir sind hier drin und sollen jetzt erstmal irgendwie eine Prüfung bestehen, ob wir würdig sind zu helfen oder was. Peralina hat uns auch getestet. Das scheint so ein Erzmagier-Ding zu sein. Und dann kommt immer... Oh, wir haben keine Zeit mehr. Oh, die Zeit drängt. Naja. Vielleicht... Drängt sie ja gar nicht. Wer hat denn gesagt, dass die Zeit drängt? Ich dachte, die Obelisken sind in Gefahr. Naja, das haben wir gesagt. Na, dann kann ich ja hier draußen chillen. Viel Spaß in der Hölle. Es ist wie eine Höhle, keine Hölle. Es ist so ein bisschen der Gang, aber egal. Komm doch mit. Ich meine, alleine haben wir doch gesehen, was Medrasch passiert ist. Hier gibt es komische Pflanzen, die Gon angreifen wollten. Dann gibt es Türen, die keine Türen sind. Dann gibt es Rüstungen, die sprechen. Wer weiß, was dir jetzt hier draußen allein passieren würde, wenn keiner da ist. Ich gucke mich um. Wirkt sehr friedlich auf mich. Also kommst du nicht mit runter? Also bevor du nicht mit runterkommst, bleibe ich bei dir, aber... Wenn du mir das Geheimnis verrätst, komme ich mit. Ich würde es dir ja gern verraten, aber ich habe Medrasch gesagt, dass ich es nicht weitererzähle. Das ist Medraschs Geheimnis, das ich behalte, nicht meins. Wenn du ihn fragst, ob ich es dir weiter sagen darf und er ja sagt, dann erzähle ich es dir frei heraus. Aber du musst doch auch vertrauen, dass ich Geheimnisse behalten kann, auch von dir zum Beispiel. Und wenn Medrasch sagt, er möchte nicht, dass ich es weiter verrate, dann kann ich das nicht. Ist es denn gefährlich, euer Geheimnis? Das wird sich zeigen. Perrin, ich will nicht, dass dir was zustößt. Das ist sehr lieb. Ich versuche ja auch, auf mich aufzupassen. Aber ich glaube nicht, dass jedes Geheimnis auf der Welt... Ah, bau keine Scheiße und ich geh rein. Gefahr für mich. Was wollte sie dann überhaupt von mir, wenn sie mir nicht zuhört und geh hinterher? Hier geht die Treppe schon mal wieder runter. Was macht ihr bei der Druckplatte? Oder was macht ihr bei der Druckplatte von Gon? Ich stampfe von Gon? Achso, die ignoriere ich. Die kenn ich ja gar nicht. Ich stampfe einfach voran und bleibe vor den schwingenden Gehenbeinen. Ich wirke einfach schon mal tanzende Lichter. Ah, nein, Moment. Ich habe es ja nicht... Ach nee, es ist ein Zaubertrick, kann ich ja immer noch. Ja. Ja, wirke schon mal tanzende Lichter. Wirf doch mal ein B100, bitte. Das darf doch nicht passen. Sorry. Hat er die Richtige? Ich glaube, du hast eine Scheiße kam. Wir haben noch Fireball-Cast nicht. Alles gut. Alles gut. 59. 10 mehr. Okay, schön. Dann passiert nichts. Dein Zauber wirkt. Okay. Also hinter den Klingen entstehen dann die Lichter. Ja. Ich möchte gucken, ob ich da schon mal irgendwie was sehe. Irgendwas, irgendwelche Einvertiefungen oder sowas, ähnliche Fallenlöcher oder irgendwas. Du bewegst die Kuh so ein bisschen hin und her und kannst ganz leicht den nächsten Riss erkennen. Aha. Der genauso aussieht. Aha. Hier. Ah ja. Ich glaube, ich sehe die nächste Falle. Wartet einen Moment. Bevor ich hier mein Leben riskiere, möchte ich etwas anderes ausprobieren. Wartet kurz hier. Äh, renne raus. Äh, an Eleni und Perrin vorbei, stampfe zur Tür hinaus in den Garten und pack meine Flügel aus. Okay. Und, äh, möchte in die Luft aufsteigen und zu einem der Türme. Und gucken, ob ich da durch so ein Fenster steigen kann. Okay. Das kannst du machen. Du fliegst hoch. Du hast nicht so viel Zeit, ne? Ja. Fliegst hoch, äh, versuchst so ein bisschen anzupallern, dass du auch noch einen Rückweg hast. Ja. Gehst zum nächsten Fenster. Ähm, schaust dort hinein. Hinein, ähm, das ist ein, ähm, ein, ein Turmraum, ein hunder Turmraum, äh, auf dem in der Mitte ein Pentagramm Mosaik eingelassen ist. Ähm, das Fenster, klopfst mal gegen, ist kein Fenster, was sich öffnen lässt, fließt zum nächsten rüber. Aber dieser Raum hat keine sich öffnenden Fenster. Und, äh, ist keine Zeit mehr zum nächsten rüber zu fliegen, leider. Okay. Also ich muss wieder runter. Umsteigen. Und? Ich bin noch gar nicht bei dir, ja? Doch, er ist hochgelaufen. Ich bin, ich bin hinter dir hergelaufen. Ach, wirklich? Ja. Ah, okay, Entschuldigung, ich hab nichts gesagt. Ich lass dich nicht mehr allein rumlaufen. So vor zwei Minuten, ich mach nichts mehr alleine. Passt auf mich! Du musst auf mich aufpassen! Was war das? Alles gut? Warum bist du denn jetzt schon wieder allein rumgerannt? Ja, verzeih, aber ich wollte schauen, ob ich Norgobius nicht vielleicht in einem dieser Türme finde. Leider hab ich nur einen Raum gesehen mit einem Pentagramm auf dem Boden. Das Fenster ließ sich aber nicht öffnen und es war scheinbar auch keiner drin. Für dich sah das aus wie ein Teleportationskreis. Äh, könnte ein Teleportationskreis gewesen sein. Wahrscheinlich so wie in der Bibliothek damals, oder? Okay, naja, leider haben wir niemanden, der den benutzen kann. Also, es sei denn, du bist... Fühlst du dich durch das Mucker jetzt stärker? Weiß ich nicht. Tu ich das? Das musst du mir sagen. Gon meint ja, dass er plötzlich... Also, hast du die Feuerblume gesehen, die er in dem Kampf geschmissen hat? Ich hab eher das Gefühl, dass ich schwächer geworden bin. Meine Zauber... Meine Zauber wollten vorher nicht funktionieren. Das war ein... Das war ein Zauber, den ich drauf hab. Sängender Strahl. Wie oft hab ich den schon gemacht? Also, ich hab mich kurzzeitig stärker gefühlt und seitdem fühl ich nichts. Das ist schön für dich. Das ist wahrscheinlich, wenn man's zu häufig benutzt. Man stumpft ab. Das sollte ich mir gleich notieren mit meinen Forschungsergebnissen. Nun denn, äh... Weißt du, was ich vermute? Dieser Teleportationskreis ist vielleicht... Eine dieser Stationen, die man abfahren kann. Wenn wir wüssten, wo ein anderer Teleportationskreis ist, könnten wir vielleicht in diesem Turm landen. Was für Stationen, die man abfahren kann? Perrin. Wenn man einen Teleportationskreis nutzt, kann man zu anderen Teleportationskreisen wandeln. Ja, ja, das weiß ich. Aber du meintest, es klang grad so, als hättest du irgendeine Information, die ich nicht hab. Irgendwie... Eine... Nein, ich habe mich vielleicht nur ungünstig ausgedrückt. Ach so. Schon alles richtig. Na gut. Äh... Wir haben aber keinen anderen Teleportationskreis in der Nähe. Und ich bezweifle, dass es einen zweiten Teleportationskreis in Burgrabenkopf gibt. Das ist wahrscheinlich der eine, zu dem man sich hin teleportieren kann. Und da du hier draußen bist, hat's unten nicht geklappt, oder...? Ich wollte mein Leben nicht leichtfertig riskieren, bevor ich das nicht ausprobiert hab. Ach so. Dann können wir also wieder runter. Natürlich. Ihr im Sichelfallen-Korridor, was macht ihr in der Zeit? Ich stache auf diese Falle und die geht ja immer... Und immer wieder wehnen meine Haare nach hinten, während ich da so... Draufstache. Ein wunderschöner Kleriker. Flint. Gone? Ich muss dich etwas fragen, aber es wird dir nicht gefallen. Und du kannst mich... ...so ziemlich alles fragen. Aufgrund der waghalsigen Aktion von unserem Freund... ...Medrasch... ...geht so langsam meine magische Kraft zur Neige. Du erinnerst dich an das Päckchen Moka, das ich dir neulich gegeben hab, oder? Ja. Ich weiß. Das gefällt dir nicht. Aber... Wenn es weiterhin so bleibt und wir uns weiter verletzen und du nicht heilen kannst, muss ich heilen. Aber ich kann nicht mehr heilen. Hast du das Moka noch? Es könnte mir helfen, etwas magische Kraft wiederherzustellen. Und bedenke... ...ich weiß, wie du darüber denkst. Und ich möchte dir keine Moka geben. Und ich werde dir keine Moka geben. Das verstehe ich. Dann müssen wir uns wohl durchschlängeln. Soll ich das machen? Du bist sehr geschickt, richtig? Würde ich jetzt nicht mehr so behaupten. Ja. Nur, dass du es weißt. Ich kann dich nicht heilen, falls dir etwas passiert. Aber Flint hat sicherlich noch ein bisschen Heilung übrig. Flint, was meinst du? Soll ich es probieren? Das Problem ist ja, selbst wenn du durch diese eine Falle kommst, dahinter wartet direkt die nächste auf uns. Ich weiß. Und dann noch eine wahrscheinlich. Und noch eine und noch eine. Auf dieser Ebene und auf der nächsten Ebene und auf der nächsten Ebene. Darüber. Keine Ahnung, wie hoch dieses... Ich weiß, ich auch nicht. Irgendwas muss diese Falle doch blockieren können. Wie viel Platz ist zwischen der ersten und der zweiten? Warte, Spiegel. Drei Meter. Also kann ich schon zwischenstehen. Ja. Ich, ähm... Versuche eine Sache noch. Ich spreche noch einmal Pelos Zorn durch meine Hand und wirke noch einmal brennende Hände. Und da das ja eh so quasi so abgeht in alle verschiedenen Richtungen, oder nicht in alle, aber zumindest in so einem Kegel, würde ich versuchen, dass entsprechend dann auch eben diese Auslassungen getroffen werden, sodass das sich da so richtig schön reinarbeiten kann. Sollen machen wir 100? Ich habe keinen Mokka genommen. Ich weiß. Ah. Dass ich vorne einmal gegenseitig habe, war es noch egal. Wo sind Sie denn? Zähne. Da. 58. Oh. Oh nein. Okay. Okay. Ja, cool. Ja, cool. Na dann. Du machst deinen Zauber und versuchst die, diese Sicheln dort zu verbrennen. Du machst einen Kegel aus deinem Feuer. Und die fangen auch an, leicht zu glühen, aber die sind aus Metall gemacht. Du kannst sie damit nicht schmelzen. Der Schmelzpunkt scheint höher zu sein und du müsstest es länger bearbeiten, als es mit diesem Zauber möglich ist. Kann ich das mit Control Flames intensivieren? Du kannst versuchen, da so ein bisschen zu helfen, aber es reicht, um eine von diesen drei Sicheln so zu schmelzen, dass die Sichel, eine von den Sicheln auf dem Boden liegt. Es sind jetzt nur noch zwei. Schub, 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 schub. Naja, da käme ich jetzt einfacher dran vorbei. Also, ich sehe zwei Möglichkeiten. Entweder ich renne einfach bis zum Ende von dem Flur und mal gucken, was passiert ganz schnell. Oder ich gehe ganz langsam über den Boden und gucke, ob irgendwelche Fallen wo sind. Oder wir gehen einfach wieder. Aber selbst das Portal ist ja zu. Nein, wir hören doch jetzt nicht auf, nachdem wir so weit gekommen sind. Ich habe nicht das Gefühl, als wären wir schon weit gekommen. Dieser Norgovius will doch mit uns sprechen, der... ...er doch auch, wie Perrin ihn nennt. Das ist sicherlich, wie du gesagt hast, eine Prüfung. Was sollen wir denn machen? Wir müssen einfach weitermachen. Traust du es dir zu? Nein, aber du traust es mir zu, oder? Schützer des Lichts schütze auch Eleni. Und ich wirke Resistenz. Damit darfst du einen... ...rief hier, wo ist man da? ...auf einen Rettenswurf deiner Wahl addieren. Mhm. Du... ...greifst nach Elenis Schulter, um diesen Zauber zu wirken und sprichst dabei deine Worte. Der Zauber nimmt auch Effekt, aber da, wo Flint dich berührt hat, fängt dein Umhang an zu brennen. Wind, Vorsicht! Das wollte ich nicht. Verzeih. Du hast den Umhang auf dem Boden und dreht drauf. Okay, das ist ja jetzt so ein kleines Löchleit in deinem neuen grünen Umhang. Ich gucke meine Hände an. Hände. Hm, brennende Hände? Nö. Glühende Hände? Nö. Warme Hände? Ja. Ja. Fasse, ganz vorsichtig mein... Also... Es ist warm. Ich kenne diesen Zauber in- und auswendig. Der hat nichts mit, aber auch gar nichts mit Feuer zu tun. Hier stimmt was nicht. Vielleicht ist Norgovius gegen uns. Vielleicht dachten wir, draußen wäre es gefährlich und hier drin ist es viel schlimmer. Du greifst instinktiv nach deinem Gebetsbuch und auch das kriegt ein paar Flammen. Ich habe wieder versucht, das auszuplopfen mit den Händen und das macht es nur schlimmer. Eleni! Du kriegst das Feuer aus, aber es sind ein paar Rußstellen jetzt außen an dem Leder. in den Einwand. Und die Seiten sind außen leicht versinkt. Ich nehme das, okay? Mhm. Ah! Ihr kommt wieder runter. Dann mache ich jetzt halt meinen Nebelschritt. Warte, Medrash, da du dir ja unsicher bist, hatte ich noch eine Idee. Oh, sehr gut. Gon! Kannst du dich nicht in eine Ratte verwandeln wieder oder so? Dann kommst du doch super leicht dran vorbei. Ja! Ja! Kassel! Eine Spinne merkt man nicht mal auf der Haut. Die kann einfach immer die Druckknäpfle drüber laufen. Ja, oder so. Großartig! Warum sind wir da nicht früher draufgekommen? Warum bist du da nicht früher draufgekommen? Also, ich könnte es versuchen. Auch eine Spinne ist halt tatsächlich viel kleiner noch als eine Ratte. Ja, dann eine Spinne! Ja! Aber sei vorsichtig. Ähm... Wenn du unsicher bist, mache ich es. Ich überlege gerade, Ratte hat ja keinen Bonus auf Wahrnehmung bekommen. Das war nur Keen Sense und Smell. Ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen mit. Die Spinne glaube ich auch nicht. Sonst hätte ich natürlich Ratte genommen, wenn die besser wahrnehmen kann. Aber... Die Ratte ist auch klein genug, um dran vorbeizukommen, oder? Mhm. Schlimm, wie viel Spaß Alex hat. Das ist ganz schlimm. Ich gönne es ihm. Natürlich verwandle ich mich gerne mit meiner Tiergestalt in eine Ratte. So, und der vermandelt sich. Und du wirst mal bitte mehr Hundert. Na? Kannst du mir einen Hunderter geben? Also den Zehnstelligen geben? Ich stelle dir gerne einen Hunderter zu. Nee, nee. Du kannst nur den von zwei Stellen. Magic ist doch so geil. Mhm. Ja. 94. Oha! Heißt nichts. Oha? Genau. Ich wollte gerade sagen, das heißt ja noch nichts. Ähm... Ja, und äh, du lässt deine, deine Verwandlung entstehen und schrumpfst zu einer winzigen Ratte zusammen. Ähm, die, äh, so bei diesem, äh, bei dieser Verwandlung entstehen ganz viele kleine goldene Funken. Weil so etwas bei Gons Verwandlung noch nie passiert sind. Das ist neu. Das ist wirklich neu. Oh, ähm, ich muss was korrigieren. Ich lese es gerade. Ich kann die Größe der Ratte nicht so krass ändern, dass sie so klein ist. Doch, doch. Echt, ja? Ja, ja. Trust me, bro. Okay, I trust you. Also, ich werde da nicht gegenreden. Trust me, bro. Okay. Gon? Guck, ob er reagiert. Ich wirke mit Tieren sprechen. Mhm. Ähm. Alles gut, Gon? Was war'n das? Kannst du nicht verstehen. Also, als er im Pferd war, hat's funktioniert. Also, irgendwas ist komisch in dieser, in dieser Burg. Ach. Ich lauf' los. Wenn du Hilfe brauchst, kriegst, pieps, was auch immer du tust. Dann bist du jetzt zwischen den beiden fein. Nämlich zwischen denen irgendwas war? Nö. Also, nichts Ungewöhnliches. Nur, dass vorne wieder Druckenplatten sind. Aber das habt ihr ja schon erwartet, hoffe ich. An denen geh' ich vorbei. Mhm. Und würde am Rande geduckt weitergehen. Mhm. Voll süß. Was seh' ich denn im nächsten Abschnitt? Natürlich auch wieder Schlitze. Gon, kannst du die Falle irgendwie entschärfen? Und geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter, Junge. Geh eh das Papier gleich erst. Ja, genau. Also, ich würde natürlich, so wie da irgendwie mal ein Knopf auf den Boden kommt oder sowas vielleicht mal kurz anhalten, also außer die normalen, die ich kenne. Sieht alles ganz ähnlich aus. Geh weiter. Wenn du eine Druckplatte testest, bist du zu leicht für so eine Druckplatte. Ich gehe weiter, bis du mir irgendwann andeutest, dass da mal der Gang zu Ende ist. Ist ja gut, Alex. Wir get it. Hier kommen keine Fallen mehr. Da gibt's Fallen. Da kommen keine Fallen mehr. Ja. Hier hinten eröffnet sich das in einen größeren Raum. Oh, wie schön. Was für gerade Striche du machst, ey. Mhm. War eben so. Ja, crazy. Eben drüber, Lärm. Pff. Mhm. Ich gehe bis weiter nach vorne. Mhm. Zu diesem Öff, zu der Öffnung. Mhm. Was ist ich denn da? Wir gehen erst mal zu den anderen. Ihr seid runtergekommen wieder. Und habt das Ganze beobachtet. Steht immer noch von der ersten Falle. Schup, 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 schup. Eine von den Dingern ist, ähm, ist ja abgestürzt. Ja, also es ist auch ganz in meinem Sinne, danke. Danke, sehr gut. Ähm, dann kann ich euch nämlich jetzt beschreiben, dass direkt hinter euch tatsächlich bisher unentdeckt, aus diesem Bereich hier, außerhalb des Korridors, etwas von der Decke fällt. Und zwar ein drei Meter großer, durchsichtiger Würfel. What? Ein Geräusch, was Perrin und Medrash hinter sich wahrnehmen. Classic. Äh, sehen wir den Würfel jetzt dann auch? Ja, ist leicht durchschimmernd, aber da ist irgendwie ein riesiger großer Würfel, so groß wie der Korridor. Ich tipp so nach hinten, da ist so ein durchsichtiges Ding. Ich weiß es ganz bestimmt nicht dann. Und was es tut, finden wir in der nächsten Folge raus. Dankeschön. Dann müsst ihr wohl jetzt durch den Korridor durch. Oh, nee. Oder wir kämpfen gegen Wackelpudding. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Nächste Woche wird ein Banger, das verspreche ich euch jetzt schon. Oida. Wir haben etwas ganz Besonderes, das da hinten wartet auf die Gruppe. Ich mag das nicht mehr. Schaltet nächste Woche wieder ein und wir sehen uns dann wieder oder vielleicht auch schon vorher auf Discord oder wo auch immer wir unterwegs sind. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.